So, ShishaCast Episode 34. Wunderschöne Grüße von mir und dem lieben Alex. Einen wunderschönen guten Abend, Marvin. Guten Abend, Alex. Wie geht es Ihnen? Ich bin noch fit. Die viel bessere Frage ist ja eigentlich, wie geht es Ihnen? Ja, also um die Leute kurz abzuholen. Ich bin vom Livestream-Chat etwas irritiert. Um die Leute kurz abzuholen. Wir befinden uns mittlerweile bei Stunde 10, Minute 14 von meinem ersten Sabaton. Yes. Willst du nochmal kurz für die Cast-Zuhörer erklären, was ein Sabaton ist? Kann ich nochmal kurz erklären, ja. Also ein Sabaton ist ein Ereignis auf Twitch. Das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert, dass das ein Ding ist. Ein Sabaton funktioniert so, dass du mit einer gewissen Zeit startest zu streamen. Also es gibt einen Countdown. Meistens ist das so eine bis drei Stunden, sag ich mal. Bei mir war es anderthalb Stunden, sprich ein Köpfchen. Das Besondere an einem Sabaton ist aber, dass der Stream sich verlängern kann. Und zwar je nachdem, wie viele Follows, Subs, Bits und so weiter reinkommen, kann der Stream halt deutlich, deutlich länger gehen. Und wie Sie merken, habe ich ja gerade erzählt, wir sind in Stunde elf mittlerweile. Also zehn haben wir full, die elfte Stunde läuft jetzt. Und es stehen aktuell noch zwölf Stunden auf der Uhr. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal bei einem 22-Stunden-Stream. Yes. Also ich möchte kurz anmerken, du bist beim... Ich, ja, ja, ja. Der Alex ist jetzt anderthalb Stunden da. Yes, genau. Ich habe dir noch kurz was von BK mitgebracht. Übrigens danke, weil als ich gemerkt habe, dass ich Hunger habe, war es zu spät und hier wäre alles zu gewesen. Das heißt, wir wären im Arsch gewesen. Ja, und dann bin ich um halb eins ungefähr hier eingetrudelt. Da saß der liebe Mau auch noch hier, hat ein bisschen versucht, COD zu spielen. No front. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Wir haben es zwei Uhr, kurz nach zwei und dachten uns, perfekte Uhrzeit für einen Shisha-Cast. So ist das. Das ist natürlich auch die... Eigentlich ist das wirklich eine super gute Idee von dir gewesen, weil die Leute, die jetzt schlafen gehen, was um zwei Uhr ja doch mal der Fall sein könnte... Könnte irgendwann vorkommen. Dass wir die in den Schlaf rein podcasten. Ja, weil, also ich weiß nicht, wie das bei den Shisha-Cast zu hören natürlich ist, aber ich kann nur von mir sprechen und ich höre jeden Abend oder fast jeden Abend, manchmal läuft auch irgendein Video, aber in 95 Prozent der Fällen schlafe ich zu Podcasts ein. Bei mir sind es Videos, muss ich sagen, zu 95 Prozent. Aber bei dir dafür im Auto fast immer Podcast. Ja, bei mir ist eigentlich im Auto immer Podcast. Also fast eine Musik, auch so für Kurzstrecken eigentlich immer irgendwie ein Podcast, den ich nebenbei anhabe. Ja, und ja, bei mir ist es auf langen Strecken, lohnt es sich dann einen Podcast zu hören, wenn ich alleine fahre, aber ansonsten ist es bei mir eigentlich immer zum Einschlafen. Eigentlich immer Sleep-Timer, halbe oder dreiviertel Stunde, je nachdem wie müde ich bin und dann läuft er zum Einschlafen. Und genau, deswegen fangen wir jetzt um zwei Uhr nachts, Freitag zwei Uhr nachts, also heute ist der 24.9. oder jetzt ist der 24.9. Um zwei Uhr nachts an, die nächste Episode Shisha-Cast aufzunehmen und vielleicht sogar noch eine. Und wir schauen dann einfach mal, wie lange ich insgesamt noch live sein werde. Na, du schläfst ja sogar auch live. Ich schlafe sogar auch live. Das kommt ja auch noch dazu. Sabaton, der Stream muss weiterlaufen. Ich wurde übrigens inspiriert von Ludwig, einem amerikanischen Streamer und YouTuber, der auch mal einen Sabaton gemacht hat. Weißt du, wie lang der ging? Wie lang ging der? 30 Tage. Bitte was? Weißt du, was der Rekord für den längsten Sabaton ist? 118 Tage. Dein Ernst jetzt? Ja, das ist wirklich, no joke. Ich habe gegoogelt, was war der längste Sabaton, den es bis jetzt gab? 118 Tage. Wie? Weiß ich auch nicht. Also es gibt auch Leute, die bauen Pausetage ein. Okay. Anders kann ich mir auch nicht erklären, weil du musst ja Dinge erledigen. Ich wollte gerade sagen, du musst ja irgendwas machen. Stell dir mal vor, ich wäre hier 118 Tage drin. Da musst du eigentlich Stream ausmachen, irgendwo hinfahren und dann Outdoor IAL streamen. Oder Gym streamen. Ja, weil vier Monate. Ja. Vier Monate streamen. Ja. Krank, oder? Also ich fand schon, bei Ludwig, der hat wirklich non-stop daheim durchgestreamt. Der hat sich ein Bett in seinen Streamingraum gebaut, wo er dann drin geschlafen hat. Das ist so krank. Das ist absolut krank. Ja. Also ich mache aber zum Glück nicht 30 Tage. Ich habe mir eine Hardcap gesetzt. Und zwar, ich habe Freitag um 16 Uhr gestartet. Deswegen sind jetzt auch 10 Stunden um. Und meine Hardcap ist Sonntagabend 20 Uhr. Da habe ich gesagt, komme was wolle, da ist vorbei. Okay, weil Sonntag dann dein normaler Stream weitergeht, meinst du? Nein, der fällt in dem Fall aus. Das wäre auch witzig, wenn ich einfach den Stream kurz ausmachen würde, wieder anmachen würde und sage, ja Freunde, es ist Sonntagabend 20 Uhr. Was ist mit euch? Hallo? Finde ich schon gut. Shisha-Stream. SGG 20 Uhr Sonntag. Hallo? Ja, wäre auf jeden Fall gut. Ich finde es auch beeindruckend, dass noch 200 Leute auf Twitch mitten in der Nacht freitags am Start sind. Und auf YouTube weiß ich es gerade gar nicht. Auch nochmal 120. Das ist crazy. Also über 320 Leute sind hier einfach live beim Shisha-Cast mit dabei. Und das mitten in der Nacht. Das ist schon wirklich absolut beeindruckend. Streamen ist schon krass. Na gut, geht auch noch ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Ja, und also sollte das eben von Freitag 16 Uhr bis Sonntag 20 Uhr gehen, dann sind das 52 Stunden. 52 Stunden. Das sind zwei volle Tage und nochmal vier Stunden obendrauf. Geistesgang. Also ich bin mal gespannt, wann... Achso, stopp, Entschuldigung. Ja. Eine wichtige Sache, es muss ja nicht so weit gehen. Ne, es muss nicht. Es kommt immer drauf an, es läuft dauerhaft. Auch die Leute, die jetzt den Shisha-Cast in Videoform gucken, hier oben läuft eine Zeit. Aktuell sind 12 Stunden, 12 Minuten am Start. Wenn jetzt keiner mehr was machen würde, wäre das die Zeit, die ich noch streame. Ja, aber sind wir mal ehrlich. Ja, papp, papp, papp. Wir wollen dich alle... Komm, wir bleiben mal beim Shisha-Cast. Ja, also wir begrüßen euch auf jeden Fall zurück aus unserer Sommerpause. Die absolut geplant und gewollt. Hatten wir auch letzte Folge angekündigt, dass wir... Haben wir euch Bescheid gesagt. Auf Insta, Twitch, Twitter. TikTok. TokTik. Myspace. Reddit. Wer kennt wen? Genau. Ist das jetzt so ein Spiel? Wer kennt als erstes keine Social Media Plattform mehr? SchülerVZ. StudiVZ. Mist, den hätte ich erst gehabt. Facebook hatten wir schon, ne? Facebook hatten wir schon. Twitter hatten wir auch schon. Ja. Ist spät, ich merke es. Ich hab noch einen. Du hast noch einen? Ich hab noch einen. Nein-Gag? Hatten wir einen Nein-Gag schon? Zählt das als Social? Kann man da was... Nee, da gibt's keine Status-Updates. Es muss irgendeine Form von Status-Updates geben. Mir fällt die eine App nicht mehr ein, die jetzt jeder neu hat, mit den zwei Fotos da. Ich weiß auch die. Dann hab ich jetzt zwei Sachen. Mist. Warum sag ich das auch noch? Ich bin richtig dumm. Soll ich dir einfach noch sagen? Ja. Be real. Und keiner hat YouTube bis jetzt gesagt. Stimmt. Keiner hat YouTube bis jetzt gesagt. TikTok hattest du? Ja. Ja. Dann Snapchat. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Also wir halten fest. Oh, V-Kontakte. Auch gut. Oh, jetzt lese ich den. Jetzt lese ich den. Das zählt nicht. Das zählt nicht mehr. Ja, auf jeden Fall sind wir aus unserer weit und breit angekündigten Sommerpause zurück. Hattet ihr ja alle auf dem Schirm, deswegen gab es auch keinerlei Rückfragen, wann denn die nächste Folge kommen könnte. Wir haben auch gar kein negatives Feedback bekommen. Hab auch gar keine Memes geschrieben bekommen teilweise von Leuten. Stimmt, Leute haben sogar Memes gemacht. Hoppala. Hey, dafür, ähm, ne, ich dachte, da kommt irgendwas Gutes. Ich hab jetzt auch gerade gedacht, was kommt da denn jetzt? Dafür haben wir jetzt einige Sachen, die wir euch erzählen wollen. Ja, ganz viele Sachen. Ganz viele Sachen. Also die nächsten zwei Folgen sind auf jeden Fall durchgeplant und wir wussten gerade gar nicht, wie wir es unterbringen sollen. Ja, hast du gar nicht geguckt, was wir überhaupt gemacht haben? Nein, wir mussten doch jetzt nicht unsere Storys durchgucken, um zu verstehen, was bei der letzten Folge abging. Aber Marvin, was du bringest so, da geht es ein Storyarchiv durch. Essen, Schichter, Boot, Boot, Schichter, Essen, Sport, hin und wieder mal. Hallo, Boot ist auch immer gleich Sport. Ja. Weil ich glaube, ich war nie auf, doch, nee, ich war nie auf dem Boot ohne Sport zu machen, also Wakeboard und so. Das vernein ich auch gar nicht. Hast du aber nicht erwähnt. Und das ist wichtig. Na ja, auf jeden Fall, gut, wir waren ein paar Tage nicht da, aber Freunde, wir können jetzt entweder in der Vergangenheit schwelgen und uns darüber aufregen, dass es ein paar Tage keinen Cast gab oder wir können uns einfach darüber freuen, dass er jetzt zurück ist. Mich würde es ja echt mal interessieren, wie oft wir diesen Satz im Cast schon getroppt haben, bei diesen 33, 34 Folgen. Wir machen jetzt alle zwei Wochen eine Folge. Auch der Shisha-Cast zwei Wochen später. Grillenzirpen, grillenzirpen, grillenzirpen. Hoppale. Ups. Also wir könnten euch jetzt auch anlügen und Besserung geloben, aber sehr mal realistisch. Es kommt die nächste Folge, wenn die nächste Folge kommt und entweder ihr seid damit fein oder nicht. Das ist für uns nach wie vor so ein Hobby-Ding. Können wir das Thema jetzt einfach abhaken und zur Folge kommen? Ich stelle mir das gerade vor, weil für uns ist das ja so ein kleine Zeitspann, aber du musst dir vorstellen, seit Ende 2019 haben wir diesen Shisha-Cast. Und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich in jeder zweiten Folge sagen, ja, es kam ja länger keine Folge. Dann lass doch jetzt einfach nicht mehr dafür entschuldigen. Lass doch jetzt einfach akzeptieren, dass wir niemals regelmäßig eine scheiß Folge rausbringen werden. Das haben wir uns schon so oft vorgenommen am Ende, sagen wir trotzdem, ja, es kam ja jetzt länger keine Folge mehr. Also, Episode 34, willkommen zurück nach der kurzen Sommerpause. Alex, was war los? Es war einiges los, weil wir sollten vielleicht noch kurz dazu erwähnen, dass wir gezielt manche Themen, die jetzt schon passiert sind, trotzdem erst in der nächsten Folge ansprechen werden. Kurzer Teaser für die nächste Folge. Aeon-Event, Apple-Event, Swissy-Swiss-Tours, meine Erkältung, Sabaton, Intertabak. Toll, Sabaton haben wir eben gemacht. Ach, erzähl mir nochmal, komm. Wenn die Folge auch erst wieder in drei Monaten kommt, haben die das eh alle vergessen. Das ist einfach der Lifehack für die Themen. Einfach so lange warten, dass es drei Monate zählt. Irgendwann irgendjemand mal so, hatten die das nicht schon mal? Dann hört der in die Folge davor rein und merkt so, Digga, die verarschen uns seit zwei hier an. Perfekt. Wir treffen uns einfach nur noch quartalsweise zum Cast aufnehmen. Dreimal dieselbe Folge. Immer mal so ein, zwei neue News, weißt du. Ich kenne dich eigentlich schon die Edition 4. Oh mein Gott. Hast du schon Kamin-Aufsätze entdeckt? Ja, aber ich habe gehört, mit Alu drunter ist besser. Oh, scheiße. Schön. Alex, wie soll die wieder so spät ein Shisha-Gas verkaufen? Alle sitzen so im Auto und denken so, was ist mit den Scheinen? Okay, komm. Wir fangen an. Wir befinden uns im Jahre 2012. Im August. Hör doch auf. Marvin wird gerade erst 30 Jahre alt. Nein, wir müssen die Setups machen. Ach so, Scheiße. Ja, okay, komm. Alex, was hast du? Ach Gott, meine Brille beschlägt. Ich fange an zu heulen. Soll noch mal einer sagen, Shisha-Gas aufnehmen, Spaß. Also. Ich habe mir geschnappt die Moses 4-2. Marvin, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. So kommt man immer auf anderthalb Stunden pro Folge. Bastian, richtig Bock zu schneiden. So. Also, Setups. Ich habe mir geschnappt die Moses 4-2, wo wir auch später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen werden. Als Kopf, stimmt das mal gar nicht, das war gar nicht als Punkt mit drin. Als Kopf habe ich nämlich den selbst getöpferten Kopf von, ne. Ach, mit dem Kopf töpfern. Ja. Mit dem Töpfern-Kopf. Genau, weil Marv und Moe haben Köpfe selber getöpfert. Und da teste ich gerade eine Art von Clove, würde ich es nennen, mit dem AO 912 und zwei Kohlen drin momentan. Ja, so sieht mein Setup aus. Der heißt übrigens offiziell Marv Bowl 2.0. Nur damit du das direkt richtig... Was ist der Marv Bowl 1.0? Das ist der andere Kopf, den du gesehen hast. Der aber meiner Meinung nach weniger geil geworden ist als der 2.0. Ja. Ach so, mein Setup. Der Alex guckt mich so fragend an. Und ich denke so, ja. Also, mein Setup. Ich habe mir die Aeon Edition 4 in der SWG Edition geschnappt. Habe die Moe Bowl 3.0 drauf, weil der Moe hat ja auch Köpfe getöpfert. Und drinnen hat der Alex mir gebaut. Blarry, Maraschino Cherry und Forestberry. Stoß, aber ich gar nicht weiß, was ich kaufe. Deswegen habe ich Fragen geguckt. Ich habe gewusst, du warst noch nicht fertig. Ja, wirklich? Ich hatte wirklich im Kopf, du redest noch weiter. Das war Eingebung. Ja. Also, was raust du? Ich habe mir gebaut Must-Have Blarry mit Must-Have Queezmove und ja. Elderberry Shock von Burn. Guck mal da. Und ich wollte eben noch sagen, der Mix ist geil, den du gebaut hast. Also, Blarry und Forestberry scheint gut zu harmonieren. Das freut mich zu hören. Jetzt ist nur das Problem, dass man beide nicht mehr bekommt. Das stimmt. Haben wir das eigentlich schon in der letzten Cast-Folge? Doch, das haben wir schon erzählt. Das haben wir schon erzählt. Ja gut, wenn wir da schon drüber geredet haben, dann ja immerhin über etwas. Ja. Ja. Ja, wir können es ja nochmal erzählen, weil dann... Ja, hatten wir ja eben besprochen. Jetzt haben wir uns aber verraten, ne? Jetzt werden die für immer drauf achten. Stimmt. Naja, das Leben ist hart. Ja, und ich habe das Mundstück von der S4-2, fällt mir gerade auf. Und du hast das Case-Mundstück. Ich habe das Case-Mundstück, ja. Ja. Das S4-Mundstück ist so ein bisschen der kleine Bruder von dem Case-Mundstück, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das beim Auspacken, ja, das ist relativ leicht. Ich habe das eigentlich direkt weggetan. Aber jetzt nicht, weil ich jetzt... Ja, weil ich eigentlich wirklich nur noch das Case-Mundstück benutze. Echt? Nur noch? Ja. Ich habe zu Hause halt einen Schlauch-Setup, sage ich mal. Also einen Silikonschlauch von entweder Mose oder Ian und das Case-Mundstück. Ja. Und da wechsle ich den Schlauch immer alle... Du hast die Schlauchadapter an den Pfeifen. Genau. Und wechsle den Schlauch dann immer so alle zwei, drei Monate einmal durch. Und das ist so das Mundstück, was ich benutze. Ich habe dann zu Hause wirklich so eine komplette Kiste mit Mundstücken. Ja. Bei mir läuft es ein bisschen anders. Ich habe auch oft lange denselben Schlauch für ein paar Monate. Manchmal wechsle ich aber das Mundstück. Mhm. Und ich mache es aber auch so, dass ich eigentlich zum Beispiel den Schlauch habe ich jetzt schon geraucht. Vor ein paar Tagen an der Ocean Fusion Air. Mhm. Habe ihn dann benutzt, als ich heute Mittag noch die Valkyrie von Duscher geraucht habe. Und habe ihn jetzt auch an der E.ON. Also ich mache es ein bisschen ähnlich tatsächlich. Das halte ich vergleichbar. Ich hatte halt früher, hatte ich halt wirklich für jede Pfeife den eigenen Schlauch mit dem Schlauchadapter dran. Und das war mir irgendwann einfach noch zu viel gewesen zu Hause. Wo ich dann sage, okay, ich misse einmal komplett aus. Und ja, seitdem habe ich mich entschieden, dass das auf jeden Fall die einfachere Lösung ist. Ja. In zwei Shootings habe ich noch passende Mundstücke dazu. Zum Beispiel für die Roam habe ich halt farblich passenden Schlauchen Mundstücke. Genau, da wechsle ich dann auch mal die Mundstücke. Aber ansonsten wechsle ich fast gar nicht mehr, muss ich sagen. So muss das sein. Ja, soviel auf jeden Fall zu unseren Setups. Wir haben euch jetzt schon ein paar Sachen angeteasert, über die wir dann noch ein bisschen genauer reden werden, wenn wir zu den Shisha-News kommen. Aber wir haben heute auch natürlich ein bisschen was an Real-Life-Themen aufzuholen. Und wollte ich ja vorhin schon einsteigen. Das größte, wichtigste Thema für mich eigentlich so war, mein allererster Urlaub, so richtig Urlaub. Nicht irgendwie ein Shisha-Trip oder irgendwie ein Trip mit einem Shisha-Hersteller. Irgendwie sowas in die Richtung. Sondern der erste private, full private Ausflug seit fünf Jahren. Ich habe mir das erste Mal seit fünf Jahren fünf Tage Urlaub gegönnt. Ist ein ganz guter Schnitt, oder? Das ist schon krass eigentlich. Wenn man überlegt, fünf Jahre keinen Urlaub, also keinen richtigen Urlaub. Also es ist ja auch, wenn man das so ausdrückt, klingt das sehr, sehr schrecklich. Aber es waren dazwischen ja sehr, sehr coole Trips. Ich war wie oft in Spanien. Ich war auf den Malediven. Ich war in Dubai. Ich war in Russland. Also es waren geile Trips, aber es war nie vollkommen selbstständiger Urlaub. Und das ist leider ein Punkt, den man, glaube ich, anderen Leuten nicht so richtig vermitteln kann. Zum Beispiel hatte ich da mit meinem Papa lange drüber geredet. Und er meinte auch so, ja, nach dem Motto, so, Digga, jetzt beschwer dich. Also er sagt nicht Digga, aber so nach dem Motto, so ne Mann, beschwer dich jetzt mal nicht. Und ich so, ja, ist schon richtig. Aber ich glaube, trotzdem ist das für andere Leute, die vielleicht nicht coole Reisen vom Job aus haben, aber nie privat. Also die meisten Leute haben ja trotzdem einfach einen privaten Urlaub. Ich glaube, da ist das nicht so krass nachvollziehbar, wie das ist. Und das ist mit Sicherheit nicht so schlimm, wie obviously, wenn du irgendwie fünf Jahre kein Geld hast, um Urlaub zu machen. Aber es ist eben auch nicht ganz wie Urlaub. Es ist nicht wie Urlaub. Ja, das Thema hatten wir ja schon mal angesprochen, dass die Trips, also wir waren ja auch zusammen in Spanien gewesen und alles. Und die Trips sind immer cool, aber sie sind ja trotzdem in gewisser Weise mit Arbeit verbunden. Du hast einen halbwegs festen Plan. Also zum Beispiel, wir wissen, dass wir da nach Sevilla fahren, weil wir da und da hin wollen. Und vor allem auch, dass wir dort das und das alles machen müssen. Dass wir in die Kopfhörig fahren, da Aufnahmen etc. Abends, wie lange hast du da noch gesessen und geschüttet? Jeden Abend mindestens anderthalb, zwei Stunden am Laptop. Und es ist halt nie diese Erholung, die du halt vom Urlaub erwartest. Also in meinen Augen. Deswegen war für mich zum Beispiel mein Urlaub auch was ganz anderes als die Trips, die wir hatten. Die Trips sind cool. Und im Urlaub hast du dann zehn Tage am Pool gelegen. Genau. Mit All-Inclusive. Damit der Kopf auch mal wirklich abschalten kann. Weil ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Wenn du mit einem Hersteller weg bist, kannst du nie wirklich den Kopf ausschalten. Auch wenn mittlerweile viele von den Herstellern schon Freunde sind. Ja, auf jeden Fall. Zumindest sehr gute Bekannte. Und es ist nicht wie... Es ist keine reine Geschäftsbeziehung, wie es in anderen Berufen wahrscheinlich wäre. Oder eine sehr lockere Geschäftsbeziehung zumindest. Ja, safe. Genau. Und deswegen war ich das erste Mal nach fünf Jahren, habe ich gesagt, scheiß drauf. Ich mache das jetzt einfach mal. Habe gedacht, ich komme nach Hause und meine Welt daheim ist sozusagen abgebrannt. Weißt du so. Daheim musst du alles erledigen. Im Büro stapeln sich die Mails, die DMs. Und alles eskaliert und so. Aber es war gar nicht schlimm. Ja? Ja, es war gar nicht schlimm. Also ich habe im Urlaub trotzdem ein bisschen DMs und alles gemacht. Das wollte ich jetzt fragen. Wie viel hast du im Urlaub mit Socials verbracht? Also hast du dir bewusst... Also ich habe es ja gesagt, ich mache mir bewusst hier nicht stören rein. Und Notifications von Instagram, TikTok etc. alles aus. Dass ich wirklich nur sage, ich gehe eine Stunde am Tag ans Handy, gucke mir die DMs an, gucke mir ein, zwei Storys an und fertig. Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich den ganzen anderen Stress nicht hatte, habe ich mir sogar wieder gerne Zeit genommen für die DMs. Also ich nehme mir eigentlich immer gerne Zeit für die DMs. Aber meistens kommt, viele DMs beantworten, Mails beantworten und so. Also meistens mit sehr viel Stress, den ich mir dann woanders mache. Weswegen ich auch versuche, die DMs möglichst effizient und effektiv und schnell zu bearbeiten. Also ja, also ich würde es fast abarbeiten nennen. Genau, es wird mehr so einem Abarbeitungsfaktor. Und deswegen... Hasselt ist das falsche Wort, aber deswegen klatscht man die gerne mal so durch. So nach dem Motto, wenn du das Postfach aufmachst, ist dein Ziel, die Fragen von den Leuten gezielt beantworten und so schnell wie möglich mit dem Postfach durch zu sein. So, du arbeitest diese 100 Nachrichten ab und dann schmeißt du dein Handy auch wieder weg und gehst wieder an deine andere Arbeit. Und das hatte ich aber im Urlaub gar nicht. Also im Urlaub war das mehr so, ich habe einfach gerne mit den Leuten geschrieben und auch mal viel mehr. Das muss ich auch dazu sagen, was mir halt auch auffällt, wenn ich im Stress bin, ist bei mir wirklich so, da fragt dir einer, wie heißt der Kopf? Ich schreibe den Namen vom Kopf und das war's. Und wenn du halt wirklich Zeit hast oder in der Mut bist, da schreibst du denen auch gerne mal einen Absatz, warum der Kopf und so weiter und so fort. Und schreibst mit denen auch mal ein bisschen mehr hin und her, als wirklich rein die Fragen zu beantworten. Also ich verstehe dich da schon sehr, sehr gut. Und genau das ist mir im Urlaub aufgefallen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich doch so gut zwei Stunden am Tag DMs gemacht und Co. Also schon nicht wenig für was, was man dann rein privaten Urlaub nennt. Aber irgendwie war der Arbeitsfaktor ein anderer, als ich es im Urlaub gemacht habe. Das ist schwer zu beschreiben. Ich hoffe, das kann man jetzt halbwegs verstehen, wie ich das erklärt habe. Wo ging es hin im Urlaub? Es ging nach Zandvoort. Holland. Wir wollten eigentlich erst nach Ägypten. Ich hatte überlegt, mache ich auf spontan einen Kite-Schein, mache ich einen Tauch-Schein. Dann wurde aber Ägypten doch zu teuer, weil es war halt auch die Sommerferienzeit. Und ich wollte dann nicht irgendwie 600, 700 Euro für einen Flug nach Zandvoort. Wahrscheinlich fliege ich für 700 Euro nach Zandvoort. Für 700 Euro für einen Flug nach Ägypten bezahlen. Vor allem muss man dazu sagen, dass gerade noch die Zeit war. Beziehungsweise da waren ja die ganzen Meldungen, was beim Flughafen alles abging. Und ich weiß nicht, ob das für dich auch ein Risiko darstellte in gewisser Weise? Das war kein schöner Faktor, aber das hätte ich halt wohl einfach in Kauf genommen. Aber egal, wir haben uns dann dafür entschieden, einfach ins Auto zu steigen, nach Zandvoort zu fahren. Da ein etwas schöneres Hotel zu nehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann waren wir im Palace Hotel, direkt am Strand von Zandvoort. War auch ein schönes Hotel. Ein bisschen komisch, weil der Eingangsbereich und so war sehr Oldschool-Hotel-mäßig. Also sehr Standard-Oldschool-Hotel. Die Zimmer waren aber neu gemacht und deswegen topmodern und cool. Aber lieber so als andersrum. Ja, lieber so als andersrum, absolut. Das bringt mir einen schönen Eingangsbereich, wenn das Zimmer dann scheiße ist. Nee, so rum viel, viel besser. Ja, und was habe ich so im Urlaub gemacht? Also wir waren, ich fange erstmal mit den interessanten Sachen an. Ich habe einen Driftkurs bei BMW gemacht. Es gab die BMW Experience. Da gab es dann verschiedene Driftprogramme, die man machen konnte. War sehr geil. Bist in ein Dreier-BMW von denen gestiegen und konntest da über verschiedene Plätze driften. Also es gab zum Beispiel eine Bahn, die aus Epoxid war. Was ist Epoxid? Ich glaube Epoxid war es, ja. Weil die besonders rutschig ist. Ja klar. Das heißt, da brauchst du sehr wenig Leistung und fängst schon an in den Drift zu gehen. Weil einfach weniger Haftung von den Reifen da ist. Und dann noch auf Asphalt driften. Und weißt du, was das krasseste für mich ist? Ich dachte so, ja wenn du dann driften lernst, willst du bestimmt auch irgendwo mal einen Drift ziehen oder so. Digga, das ist sauschwer auf Asphalt. Trocken im Asphalt, muss wohl geisteskram sein. Und sogar auf nassem Asphalt so ein 320 wirklich zum Rutschen zu bringen. Also ich hätte gedacht, dass Autos viel früher rutschen, als sie es tun. Ja, also hätte ich jetzt eigentlich auch geschätzt. Also gerade so, wenn es halt die Autos sind, die sie da hinstellen. Ich meine BMW Hackantrieb, da ist eigentlich auch nochmal ein bisschen einfacher. Und DSC und alles aus. Und trotzdem, du musstest den richtig treten und richtig in die Kurve schmeißen, dass das Heck da wegging. Krass. Also wirklich, das Learning für mich ist, gib dir Digga, Auto bricht viel später aus, als du dachtest. Crazy. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Cool war natürlich auch noch, dass das direkt an der Rennstrecke von Sandford war. Wo dann einen Monat später auch der Group Riva, den ich dann auch geguckt habe. Und ich so, da war ich und da war ich und das kenne ich. Und da war mein Hotel. Und guck mal, auf der Camp siehst du das und das. Und da war ich auch. Das war schon sehr, sehr geil. Und dann waren wir natürlich einen Tag in Amsterdam. Weil das war nur eine Dreiviertelstunde Fahrt. Also Holland ist ja jetzt auch generell nicht riesig. Oder Niederlande. Holland ist nur ein Bereich in den Niederlanden. Ja, muss man ja kurz sagen. Ansonsten, naja. Und deswegen waren wir da relativ fix. Und dann waren wir in Amsterdam bei der Heineken Experience. Das heißt, da kriegst du einmal so eine Tour durch eine alte Fabrik von Heineken. Das ist keine aktuelle, wo noch so super viel läuft oder so. Sondern mehr so eine geile Tour. So ein Museumsmäßig angelehnt? Ja, schon so ein weirder Mix aus einer nicht mehr voll funktionierenden Fabrik, die jetzt mehr einem Museum gleicht. So kann man das wahrscheinlich am besten beschreiben. Aber das war trotzdem sehr, sehr nice. Und dann habe ich mir am Ende noch eine Heineken Flasche mitgenommen. Die steht jetzt auch da hinten. Die seht ihr leider gerade nicht. Wo dann noch Shisha-WG draufsteht. Ach, wie cool. Weil du konntest ja so customized Bierbottles mitnehmen. Und da habe ich mir eine mit Shisha-WG gemacht. Dann habe ich dem Timo noch so ein Plakat. Stimmt, ich weiß gar nicht, ob er das schon in die Küche gegangen hat. Muss ich mal drauf achten, wenn ich das nächste Mal bei Timo bin. Das war so ein komisches Gesicht, wo dann noch so was mit Bier draufsteht. Ich dachte so, das sieht weird aus und es hat mit Bier zu tun. Das ist das perfekte Geschenk für den Timo. Das ist es einfach. Das ist ein besseres Geschenk, das hätte ich ihm niemals machen können. Ja, das war auf jeden Fall cool. Dann waren wir sehr viel essen. Ich muss generell sagen, ich habe sehr viel und sehr gut gegessen. Und ich kannte auch absolut nichts beim Essen. Wir haben eben ja nachgeguckt. Und ich habe es eben auch noch im Sabaton erzählt. Wir haben uns um, weiß ich nicht, halb drei auf den Weg gemacht zu dem Restaurant unserer Wahl in Amsterdam. Es war so ein Steakhouse, wo meine Begleitung gesagt hat, da war ich schon oft, das ist geil, lass da hingehen. Ich so, okay, gehen wir hin. Allerdings sind wir auf dem Weg an einem Korean Chicken Laden vorbeigekommen. Und Dölit, Cengiz, also wenn ich mit den Online-Namen Dölit, Shisha Deutschland und ich, hatten ja auf den Malediven diese Korean Chicken Phase. Und dann war ich so, Digga, ich will Korean Chicken. Also bin ich da rein und habe um drei Korean Chicken gegessen. Und dann waren wir aber um Viertel vor vier bei dem Restaurant. Dann habe ich mir da ein Rumpsteak reingeballert. Und dann sind wir weiter durch Amsterdam gelaufen. Und um fünf sind wir aber an einem Pfannkuchenhaus vorbeigekommen. Dann habe ich mir um fünf Pfannkuchen reingeballert. Und ich weiß nicht mehr was, aber ich habe zu 100% abends auch noch was gegessen. Safe. Also ich habe vier Mahlzeiten und vielleicht war ich sogar noch beim Frühstück, weiß ich nicht. Also wirklich, ich habe alle mitgenommen. Aber es ist halt Urlaub. Es ist Urlaub. Deswegen, ich wollte auch gar nicht drauf achten. Das war mir scheißegal. Ich dachte, und wenn ich mit fünf Kilo mehr auf der Waage nach Hause komme, scheiß drauf. Weißt du, wie viel ich am Ende mehr drauf hatte? Wie viel? Knapp ein Kilo. Das ist nichts. Nichts. Absolut nichts. Das war nach zwei Tagen wieder weg. Also ich weiß auf jeden Fall, wie es das nächste Mal in Urlaub geht. Genau, dasselbe wieder. Ja, und ansonsten waren wir in Amsterdam noch in so einem komischen Museum. Das war so ein... Du hast das Trippie-Museum in die Notes reingeschrieben. Da war ich schon so ein bisschen... Ich frage jetzt mal nicht nach, aber ich bin gespannt. Es war ein modern angehauchtes Kunstmuseum, das mit der Idee von dem Verschwinden der Grenze zwischen Realität und virtueller Realität gespielt hat. Also wann ist ein Wesen real? Wo ist wirklich die Grenze zwischen der Realität und einer virtuellen Realität? Und wie grenzt man das überhaupt ab? Also es war... Manche von den Ausstellungen waren extrem geil. Die hatten zum Beispiel im Eingangsbereich bis so reingekommen. Und da hingen so Lichterketten, so LED-Streifen von der Decke, was einfach nur cool aussah. Dann habe ich mich da vorgestellt. Und dann habe ich gemerkt, dass da eine Kamera ist, die mich auf den LED-Streifen abbildet. Und es sah eigentlich nur aus wie so ein Kunstobjekt mit so... Ich weiß nicht, hunderte LED-Streifen, die da von der Decke hängen. Und dann aber fast, wenn man einfach von vorne flach drauf geguckt hat, basically eine Leinwand ergeben haben. Obwohl die komplett verteilt in dem Raum war. Und da war praktisch die Kunst dahinter, weil die Software, die das Bild umwandelt, das Bild, was die Kamera sieht, umwandelt und auf diese LED-Streifen umprojiziert. Halt sich schon crazy an. Das war sau crazy. Und dann waren ganz viele, dann war einer, der hat ein Videospiel gemacht, wo es um das Thema Bewusstsein geht. Da war ich dann auch so, okay, das wird mir jetzt ein bisschen zu krass. Und das Coolste an dem ganzen Museum, Next Museum hieß das, glaube ich übrigens. Das Coolste war bei einem Raum, in dem sie ganz viele Projektoren hatten, die den ganzen Raum ausgeleuchtet haben, abgesehen von einer Wand. An die hast du dich gestellt. Und dann war Decke, Wand links, Wand rechts und Fußboden. Und die Wand dir gegenüber war komplett mit diesen Beamern voll. Und auf den Beamern lief, man kann es am besten beschreiben mit, Leute, die ein bisschen älter sind, wissen das vielleicht noch, diese Visualisierung bei Winamp und Media Player. Weißt du, wenn du da diese, wo sie dann so trippy Formen gebildet haben und all so ein Zeug. Und das haben die da drauf geworfen. Und das sah halt geil aus. Also das war basically, schätze ich mal, ich weiß nicht, wie es ist, wie wenn du LSD nimmst. Nur halt ohne LSD. Und auf so einer Wand. Also ganz harmlos. Also eigentlich cool. Ich habe mir nur gedacht, Holland ist ja hier so, ne, mit Drogen, weiß man ja so, ne. Da habe ich mir gedacht, Digga, wenn da wirklich sich einer Drogenfeuer reinschmeißen und hier reingeht, der hat ja eine ganz andere Experience. Das muss wirklich geisteskrank sein. Ja, und das war auch cool. Und ansonsten lässt sich mein Urlaub ziemlich einfach zusammenfassen. Essen, Strand, Shisha. Das hört sich doch nach einem gelungenen Urlaub an, würde ich sagen. Sehr. Ganz kurze Frage. Wie fandst du so den, wie war dein Eindruck von Amsterdam? So allgemein? Ich mag Amsterdam eigentlich. Also es ist natürlich ein bisschen überlaufen. Es ist sehr, sehr voll die Stadt. Und dadurch hat sie natürlich mit ein paar Problemchen zu kämpfen. So von wegen, keine Ahnung, Verkehr ist scheiße, richtig reinkommen ist scheiße. Und halt sehr, sehr voll bei allem, was du sehen, machen oder essen willst. Aber an sich finde ich die Stadt schön. Okay, nee, also, weil das Ding ist, wir waren vor, das ist auch schon ewig, vor vier Jahren oder sowas in Amsterdam, aber zu Silvester. Und ich muss sagen, das war für mich, also ich hoffe einfach, dass es ein komplett verschobenes Bild war, weil für mich war der Silvesternacht Amsterdam wirklich schrecklich. Also es hat gar keinen Spaß gemacht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Silvesternacht halt wirklich nicht aussagekräftig ist. Ja, das ist nämlich auch das Ding, wo ich sage, ich will auf jeden Fall nochmal nach Amsterdam, weil ich so oft gehört habe, dass es eine wunderschöne Stadt ist, dass man auf jeden Fall da hingehen muss. Darf ich dir was empfehlen? Ja. Geh nach Haarlem. Haarlem ist basically Amsterdam in Miniaturform mit ein paar weniger Krachten. Okay. Also du hast nicht so viele Krachten halt, also die Wasserstraßen beziehungsweise die Straßen an den Wasserdingern. Die fehlen ein bisschen in Haarlem, aber in Haarlem waren wir auch einen Tag unterwegs. Und das ist wirklich ein unglaublich süßes kleines Städtchen. Und da ist viel weniger los. Es hat trotzdem diesen typischen Niederlande-Flair. Es sind viel weniger Leute. Die Leute sind viel entspannter. Das war einfach Wahnsinn. Also Haarlem, wirklich geil. Und es ist auch nur ein Katzensprung von Sandvort. Du fährst 10 oder 15 Minuten. Ist ja richtig. Das ist direkt die nächstgrößere Stadt neben Sandvort. Weil Sandvort ist ja ein ganz kleines Städtchen. Ist ja wirklich nicht groß. Will ich gar nicht wissen, was da dann am Grand Prix los war. Wenn ich mir überlege, diese 200, 300.000 Menschen, die so ein Grand Prix besuchen. Übrigens krank, über was für Ausmaß wir ja mittlerweile reden. Dank Drive to Survive und Co. F1 im Hype wie noch nie. Letztens, was war das? Ich weiß nicht mehr, wo das Rennen war. Da waren 300.000 Leute. Du musst dir mal vorstellen, das größte Fußballstadion in Europa hat knapp 100.000. Ich glaube, das ist Barcelona mit irgendwie 98.000 Sitzen. Wenn full. Wenn full. Das ist wirklich geistig. Ja, und ein Tag kam dann noch, der Kevin hat mir geschrieben, Huka Etik. Kannte ich vorher nicht. Aber der meinte so, ey, ich bin auch bald in Sandvort. Ich bin dieses Wochenende in Sandvort. Und ich so, komm rum. Ja, das... Du hast Pfeife rauchen. Und dann haben wir uns noch am Strand getroffen. Haben noch zusammen Pfeife geraucht. Und ich muss gestehen, ich war auch ein bisschen froh, dass dann mal ein anderes männliches Wesen war. Also gar nichts gegen meine Begleitung. Aber also wenn ich am Strand bin, dann werde ich auch ein bisschen zum Junge. Also zu so einem, wie so ein 16-Jähriger, weißt du, der braucht Beschäftigung und so. Oh, ich weiß auch noch genau, wie schwer mir das gefallen ist, überhaupt in diesen Urlaubsmodus reinzukommen. Wir hatten, wir sind, wann sind wir denn gefahren? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall sind wir dann angekommen und sind dann an den Strand. Und dann haben wir uns an den Strand gesetzt. Dann habe ich mich an den Strand gesetzt und war so, okay, und jetzt? Weißt du, und was macht man jetzt? Was passiert jetzt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? So, Strand, check, haben wir. Und jetzt? Und dann ist mir aufgefallen, so, nee, das ist es jetzt einfach. Ja, das ist halt Urlaub dann. Du hast nicht, das muss jetzt als nächstes, das ist jetzt abgehakt und es geht weiter, sondern das ist... Das verstehe ich, aber irgendwie auch nicht. Ja, ja, ja. Das war, keine Ahnung. Das kommt halt auch daher, dass du halt auch wirklich fünf Jahre lang einfach... Ja, wahrscheinlich. Ich habe wirklich verlernt, Urlaub zu machen. So dumm, wie es klingt. Das ist ja wieder genau das Thema, was wir am Anfang hatten, so, als wir hier in Spanien und in Luka in waren, da war es halt, ja, wir sind jetzt am Strand, wir spielen jetzt kurz Football und dann geht es auch wieder weiter. Und auch am Strand haben wir uns nicht einfach hingesetzt und den Sonnenuntergang geguckt, beziehungsweise schon, aber halt zehn Minuten und dann haben wir Football gezockt und dann sind wir wieder weiter und dann hatten wir noch das gemacht und am nächsten Morgen war das und danach wollten wir aber das machen und schaffen wir es davor noch ins Gym, ja, aber dann müssen wir ein bisschen früher aufstehen, aber wollen wir machen. Okay, machen wir so. Genau. Ja, und das ist halt ein ganz anderes Feeling, als wenn du sagst, okay, ja, ich bin jetzt am Strand und... That's it. Ja. Das ist der Tag. Punkt. Ja, aber ich finde dich gut. Ja, aber, also ich fand es ja im Nachhinein auch gut, aber... Ich verstehe, ja, ich verstehe dich. Ja, musst du da erstmal, äh, musst du da erstmal reinkommen. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, und auf jeden Fall war ich deswegen ziemlich froh, dass der Kevin da war, weil dann haben wir uns noch einen kleinen, so ein Soft-Sponge-Material-Football geholt, also weißt du, diese typischen Kinder-Toys und dann haben wir uns da durch die Wellen geschmissen und an dem Tag waren auch echt gut Wellen, das war richtig geil und dann haben wir uns in die Wellen gefetzt, dabei den Football zugeworfen. Ich hab sogar zwischendrin, bevor der Kevin gekommen ist, war ich einmal am Strand so verzweifelt, hab ich so zwei 15-jährige Jungs gefragt, ob ich mit denen Frisbee spielen kann. Das ist kein Witz. Kein Witz, da waren so zwei holländische, 15 Jahre alte Jungs und ich war so, hey, could I join you, play Frisbee? Weil ich konnte nicht einfach rumsitzen. Ich konnte nicht einfach rumsitzen, ich musste irgendwas machen. Hast du mitgespielt? Ja, ich hab mitgespielt. Hat Spaß gemacht? Ja, war geil. Die Frisbee war im Arsch, aber das war einfach eine Challenge. Das war kein Hindernis, das war nur, das war eine Herausforderung. Ja, du musstest dann halt deine Wurftechnik ein wenig anpassen. Weil der Outside-Inwurf hat dann deutlich besser geklappt. Hast du dir dann auch Tutorials angeguckt, wie wir in Spanien zum Football? Nein. Nein. Nee, aber heute ist doch noch ein gelungener Urlaub an, auf jeden Fall. War es, definitiv. Bin ich sehr happy mit. Aber ich bin nicht der Einzige, der unterwegs war, um wieder eine gekonnte Überleitung zu bringen. Während du im Urlaub warst. Beziehungsweise, das stimmt nicht. Ich glaube, ich bin irgendwie freitags gekommen und samstags ging es los oder so. Es war ganz knapp und dann war ich so, nee, scheiß drauf, ich komme nicht mehr, sorry. Genau, weil es war noch das Summer Smoke Event von Shisha World in Landsberg in Bayern. Und da hat mich der liebe Sargon eingeladen. Also in Landsberg ist ein Shisha World Shop, aber da ist auch das Headquarter von Shisha World. Und da hat jedes Jahr eigentlich so ein Community-Treff stattgefunden. Natürlich ist es jetzt die letzten Jahre durch verschiedene Faktoren ausgefallen. Und war jetzt wieder das erste Jahr, wo gesagt wurde, okay, wir machen das wieder. Und ja, hat mich Sargon gefragt, hier, hast du Bock und hast Zeit? Habe ich gedacht, an sich hätte ich auf jeden Fall Lust und Zeit, aber so alleine. Hast du erwähnt, wer Sargon ist? Nee. Okay. Aber habe ich gesagt, alleine muss oder möchte ich jetzt nicht unbedingt hinfahren, weil ich finde, dass bei Events immer, also gerade wenn du länger fährst, immer so ist... Wie lange bist du denn gefahren? Na gut, wir waren, ich glaube, drei Tage unterwegs. Aber was ist denn die Fahrzeit? Achso, die Fahrzeit nach Bayern ist, glaube ich, vier, fünf Stunden so. Vier, fünf Stunden, ja, hätte ich auch gedacht. Und da finde ich es einfach angenehmer, wenn man irgendwie mit ein, zwei Leuten fährt. Auch einfach wegen der Gesellschaft, weil es cooler ist, wenn du halt irgendwo bist, wo du dich halt eh nicht so sehr auskennst. Und dann habe ich gedacht, okay, ich frage mal, Marv habe ich gefragt, aber wie gesagt, Marv war halt, doch etwas, wäre etwas stressig geworden. Sehr. Und ich wollte auch nicht direkt nach dem Urlaub wieder... Ja. Baff, voll. Und dann habe ich den Moe gefragt und Moe hatte auch Zeit und Lust. Und ja, dann sind wir beide irgendwann, ich kann es vom Datum her gar nicht mehr einordnen, und ich denke mal irgendwie Anfang August müsste das gewesen sein, sind wir dann runter nach Bayern gefahren. Haben aber gesagt, okay, wir machen dann einen kompletten Trip draus. Und zwar sind wir freitags los. Samstags war das Summersmoke-Event und sind dann freitags, noch bevor wir nach Landsberg sind, erstmal zu Novitec gefahren. Novitec kennen ja einige von euch, ist der Partner, was auch Pfeifen angeht, bei Aeon. Also gibt es da die Novitec Ian und die Viro One in der Novitec Edition. Ist im Endeffekt ein Autotuner für sehr hochpreisige Autos. Also Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, etc. Alles, was jenseits der 200.000, 300.000 ist. Ferrari. Und da war ich auch sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Und auf jeden Fall sind wir da angekommen, haben da einen lieben Maurice kennengelernt. So der Chef da und der Partner, der auch... Judo-Chef. Ja, genau. Papa ist Chef, er ist Junior-Chef. Und wird das Ding halt auch irgendwann brauchen. Und da habe ich erstmal so gedacht, okay, ich bin mal echt gespannt, wie er drauf ist, weil es ja so, Novitec ist ja ein richtiger Name, wo ich dachte, okay... Ist ein edel, absoluter Luxustuner. Warst du schon mal da gewesen bei Novitec? Ja, okay. Als ich mit Mo, beziehungsweise Team Aeon zu Gag Collector gefahren bin. Ah, okay. Ja. Genau, und da war ich erstmal sehr, sehr gespannt, wie er so drauf ist und so weiter, weil es ist halt, es ist eine Shisha-Szene, weil Shisha-Szene ist für mich immer ein bisschen was anderes und es ist wirklich so ein Unternehmen, was halt so, hat so einen Namen. Full-on-serious. Genau. In einer Major-Scene so. Genau, und da war ich erstmal so, okay, bin ich echt mal gespannt. So, Mo hat... Muss ich ein Hemd anziehen? Mo hat schon erzählt, der ist locker drauf, wir rauchen ein Shisha und so weiter. Ganz entspannt. Aber trotzdem, dann sind wir angekommen. So ein lieber, bodenständiger, gechillter Mann. Das ist wirklich geisteskrank. Mo ist wirklich Ehrenmann. Ja, auch so das Büro, wo reingekommen sind, ich dachte so, das ist so einfach so, kommst du in ein Gebäudekomplex, ist so ein Eckbüro, ein größeres, kommst du einfach in ein eigenes Gebäude rein, wo in Front Office wirklich riesig so ein Schreibtisch steht. Ja. Mit Dart, Spielautomaten, Billard, Tischkicker, alles, was du dir ausmalen kannst. Und ja, dann haben wir uns da erstmal hingesetzt, haben Pfeifen-Ready gemacht. Haben dann erstmal ein leckeres Köpfchen geraucht, weil wir haben dann noch gesagt, okay, wir machen den ganzen Trip, aber fragen einfach nochmal Swizzy und den lieben Maxi, ob den ich auch gesagt habe, weil Maxi kommt ja auch aus der Gegend da und Swizzy hatte ja sogar eine kürzere Anfahrt nach Bayern da unten, als wir es eigentlich hatten. Ja, für Swizzy Mann Heimspiel, ausnahmsweise. Ja, ausnahmsweise. Und dann haben die beiden Jungs auch noch zugesagt, das heißt, wir haben dann erstmal ein Köpfchen dort geraucht mit Maurice, ein paar andere Jungs kamen noch dazu. Was eigentlich ganz lustig war, war, dass Maurice und alle, die rauchen zwar Schicha, aber halt so ein bisschen so, ein bisschen Virginia, ein bisschen F&C, auf Abstand. Eher so Standard. Ja, genau. Und Mo hat sich halt einen full-on, Vollkontakt-Köpfchen Pinkman gebaut und hat dann die Leute halt einfach mal ziehen lassen. Und gestorben? Ja. Und es war ein sehr lustiger Anblick für mich, weil die meinten, da kannst du nicht rauchen. Mo und ich haben halt normal dran geraucht. Aber die sind halt teilweise da echt dran gestorben. Das wird mir in letzter Zeit, ein paar Freundinnen von mir rauchen jetzt auch immer mehr Schicha und eine hat vor kurzem dann basically angefangen zu rauchen und es hat sich aber nicht gelohnt, für sie eine eigene Pfeife anzumachen. Und dann musste ich immer diesen perfekten Grad treffen zwischen gerade genug Dark Blend für mich, sodass der Kopf wenigstens ein bisschen interessant ist, aber auf keinen Fall so viel Dark Blend, dass sie denn nicht mehr rauchen konnte. Und ich muss sagen, der Punkt, dass sie denn nicht mehr rauchen konnte, wurde definitiv häufiger getroffen, als der Punkt, dass ich zufrieden mit dem Köpfchen war. Und beides in Kombination sehr, sehr schlecht. Das glaube ich, ja. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, wo ich drauf hinaus wollte, wenn ich die mal an dem Kopf von mir ziehen lasse, so beim ersten Mal war ich einfach so, probier mal, geht schon, ist sehr angenehm gerade, der Kopf. Und die ziehen und nach einer Millisekunde husten die sich die Lunge aus dem Leib, als ob es keinen Morgen geben würde. Und ich ziehe so und denke mir so, hm. Verstehe ich jetzt nicht. Ne. Also man muss schon sagen, Moe, sein Kopf war schon, hat schon eine gute Wärme gehabt. Moe raucht schon sportlich. Und für mich war das okay, ich rauche ja auch relativ heiß, aber ich konnte auf jeden Fall nachvollziehen, warum da doch sehr abgehustet wurde. Und das will ja dann was heißen. Ja. Auf jeden Fall Köpfchen geraucht, dann kamen irgendwann noch Swiss und Maxi, haben uns noch ein Köpfchen angemacht, ein bisschen gequatscht mit allen. Zwischendurch haben die dann ein Lamborghini Aventador vorgefahren, wo ein bisschen Fotos und Videos gemacht werden sollte. Gemacht werden sollte oder konnte? Es sollte und es wurde. Okay. Also hattet ihr das so geplant? Ne, also nicht für uns, sondern für Novitex sollte da. Achso, die haben da geshootet. Okay, das hat sich ja angehört, als ob ihr zum Shooten von Autos da wart. Ne, also die haben da geshootet, haben den vorgefahren und ich habe einfach mit Maurice ein bisschen geredet, sowas allgemein, Autotunen und so weiter. Und bei dem Auto war das anscheinend so, der Kunde hat gesagt, so laut wie möglich. Und man muss dir vorstellen, ich, da hat er gemeint, okay, ich zeig's dir mal. Dann stand ich da in der Eingangstür. Also nicht für Deutschland? Ich glaub nicht. Weil Deutschland gibt's ja irgendwie Gesetze, oder? Ne, das war nicht für Deutschland. Okay. Das war nicht für Deutschland. Ich stand da in der Eingangstür, das Auto 20 Meter von mir weg. Das stand draußen? Das stand draußen. Ich stand in der Eingangstür vom Office. Also hast du die Tür aufgemacht, draußen? Ja, genau. 20 Meter weit weg. Der macht das Auto und da dachte ich schon so, okay, kann man mal machen. Dann drückt er auf das Gaspedal. Ohne Spaß. Ich hatte so Ohrenschmerzen danach. Echt? Ja. Also es war wirklich... Der geht nach Dubai. Hundertpro. Ey, das war ganz anderes Level. Aber das fand ich schon wirklich krass. Also ab nochmal, was man da alles machen kann. Ja, auf jeden Fall haben wir da anschließend dann noch eine kleine Tour bekommen. So über das ganze Gelände ein bisschen was Hintergrundstorien zu Novitek erzählt, wie es dazu kam und so weiter. auch so den Showroom gezeigt, wo wirklich einige Schätze drinstehen, so One of Fifty, One of One und so solche Dinger, wo du da davor stehst und denkst, ich darf jetzt auf jeden Fall nicht dagegen laufen, irgendwas machen. Stell dir vor, du ziehst so mit der Kamera einen Kratzer aus Versehen in den Lack, während du das Ding filmst oder so. Hast du dich mal in ein paar Autos gesetzt? Ne, reingesetzt haben wir uns nicht. Weil ich hab's ja versucht. In die meisten pass ich einfach nicht rein. Ja. Ich hab doch versucht, mich in den Senna zu setzen. Den McLaren Senna. Irgendwie auch super teuer, super selten. Keine Ahnung. Bin kein Autodoktor oder so. Und ich wollte mich da reinsetzen. Und mein Kopf hat nicht reingepasst. Der hat ja so, der hat ja diese wilden Türen. Ich weiß nicht. Die Flügeltüren. Ne, es sind nicht einfach Standard-Flügeltüren. Ich weiß nicht, ob die noch einen besonderen Namen haben. Auf jeden Fall geht da so ein gefühltes halbe Dach auf. Und dann war so neben meinem Kopf so auf der Höhe einfach schon das Dach. Also ich hätte mich da irgendwie so reinsetzen müssen. Und dann war das nächste Problem. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Der Mo musste mich da literally rausziehen. Also Freunde, egal was kommt, einen Senna GTR werde ich auf jeden Fall niemals fahren. Außer ich schrumpfe irgendwie noch 20 Zentimeter. Ja, aber allgemein die Autos sahen schon so aus, dass die wirklich nicht für große Menschen gemacht sind. Auch so, wenn ich ein bisschen mit dem Rieser drüber gesprochen habe, war es halt auch wirklich so, die Autos sind nicht fürs gemütlich sein gemacht oder sowas. Es sind halt wirklich Prestige-Autos. Prestige-Autos slash Sportgeräte. Sport, ja, genau. Und ja, aber es ist wirklich also einfach so dieser, ich bin ja auch eigentlich gar nicht autofanatisch oder sonst irgendwas. Aber es ist schon krass, wenn diese Autos live vor dir siehst, teilweise auch, wenn sie angemacht werden. So live, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn es irgendwie bei Instagram in irgendeinem Reel oder TikTok siehst. Das war schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Ja, das ist einfach beeindruckend. Also ich bin ja auch nicht tief drin, ne? Es ist aber krank. Ja, also ich bin froh, es gesehen zu haben. Also es hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Auch für jemanden, der halt nicht so autoaffin ist wie vielleicht manch andere hier. Und ja, danach war es dann eigentlich schon relativ spät. Wir waren relativ lange da. Ich glaube bis um sieben, acht Uhr abends. Und dann war für uns ein nächster Stop eigentlich Max Hooker Squeeze. Wir sind dann nach Landsberg gefahren. Wie weit war das von dir? Das war, glaube ich, so eine halbe Stunde Fahrt. Ah, easy. Ja, das ist super easy gewesen. Maxi ist nach Hause gefahren, weil zu der Zeit war sein Sohn noch nicht geworden. Oh, stimmt. Genau. Das heißt, er hatte noch seine schwangere Frau zu Hause und hat gesagt, okay, er setzt Max Besuch aus, fährt nach Hause. Und Swizy, Mo und ich sind in der Zeit zu Maxi gefahren und haben da auch noch ein, zwei Sachen probiert an Sorten. Ein bisschen gequatscht, einfach ganz gemütliche Runde gehabt. Und dann seid ihr aber nochmal zu Max, oder? Genau, weil dann kam irgendwie so um elf, halb zwölf kam so die Nachricht, ja, kommt dann immer rum. Weil anscheinend ist dann Family ins Bett gegangen. Da muss man doch auch den Kopf rauchen. Und davor haben wir eigentlich noch so gespaßt, so, ja, ja, Max, wir treffen uns dann später nochmal. So, für uns war das halt so Joke-mäßig, so, ja. War ein Joke. Naja, wir sind halt davon ausgegangen, dass er einfach den Abend dann bei der Family ausklingen lässt und wir dann ins Hotel fahren. Ja. Und dann kam um zwölf Uhr, halb zwölf irgendwann die Nachricht, ja, Jungs, wie sieht es eigentlich aus? Und dann, ja, sind wir bei Maxi abgezogen. Mo hat nochmal für 2,37 Euro getankt. Alter. Also fünf Liter, oder was? Ja. Für 2,37 Euro. Insgesamt. Mhm. Genau. Ja, und dann dürfen wir den Maxi noch besuchen. Und ja, auch da ganz komische Runden gemacht. Vollgeist gespielt. Das habe ich gesehen. Und Sandro hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Krone zu gewinnen. Sandro hat es leider nicht geschafft. Er meinte, der Controller wäre schuld gewesen. Natürlich. Aber wir wissen alle, daran wird es nicht gelegen. Darf ich dir kurz was über Sandro erzählen, was mich anders schockiert hat? Du darfst mir was über Sandro erzählen, ja. Wir zocken ja gerade die Beta von Modern Warfare 2, ne? Ja. Er spielt am Computer. Er sagt nicht, dass er im Controller spielt. Mit Controller. Am Computer? Am Computer. Wie los ist das denn? Mit Controller. Hä? Also ich habe auch erstmal deabonniert. Das geht nicht. Einfach inakzeptabel. Vor allem ist, du hast auch mit einer Maus ein viel besseres Aim als mit dem Controller. Natürlich. Hat ja einen Grund, warum ein PC die einzig wahre Spielekonsole ist. Boah, halten wir jetzt Kommentare, Digga. Ui, 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 ui. Sandro ist sogar noch im Chat am Start. Ja, verstehe ich auch nicht. Ne, also das macht für mich gar keinen Sinn. Also wenn man irgendwie so Rollenspiele oder sowas am PC mit Controller spielt oder keine Ahnung was oder sowas wie FIFA oder so. Rennspiele, bestes Beispiel. Ja, aber doch kein Shooter. Ne, ne. Einfach nein. Stell dir vor, du spielst einfach CSGO mit Controller. Controller. Es ist komplett lost. Es ist komplett lost. Ja, okay. Ja. Gut, hat er denn also keine Krone mehr geholt, weil der Controller scheiße war? Ne, genau. Controller war scheiße. Das schockiert mich ja jetzt noch mehr, weil er ja eigentlich nur mit Controller spielt. Ja, das war ja. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Das ist ja richtig schlimm. Ja. Ja, Maxi hat es auch nicht geschafft. Und... Hat es irgendjemand geschafft? Ne. Okay. Mo hat es auch verzweifftet nochmal versucht. Ich war auch nicht gut, muss ich dazu sagen. Aber von Sandro hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, weil... Er spielt es ja eigentlich auch so. Ja. Egal. Auf jeden Fall hatten wir da noch einen entspannten Abend und auch eine relativ kurze Nacht, weil wir sind am nächsten Vormittagmorgen aus dem Hotel raus. Eigentlich nur kurz gefrühstückt und dann auch direkt zu Shicheworld gefahren. Das war auch nur eine Fahrt von 10, 5 Minuten vom Hotel entfernt, also auch super entspannt. und ja, eigentlich super gut organisiert und auch gut aufgebaut, also relativ viel Platz eingeplant mit Bierbänken, noch Zelte bezüglich Regen, also wirklich gut vorgedacht. Auf alle Eventualitäten vorbereitet und war auch nicht so überlaufen von Herstellern. Es war wirklich nur... Ich muss ein bisschen meinen Sitz... Ich sitze hier seit über 11 Stunden, Alex. Ich muss mich jetzt... Ich muss mir ein bisschen gemütlich machen. Okay. Falscher Hebel. Im Endeffekt waren als Hersteller nur Alfacher SK da gewesen und halt die Shicheworld-Eigenmarken noch, also wie AO zum Beispiel. Und Hooker's Quees war noch da, also Max hatte auch einen Eingestand gehabt und ja, dann sind wir da angekommen und da wurde uns gesagt, es gibt so eine Blogger-Ecke und die war oben auf der Dachterrasse, wo wir eigentlich nur kurz unsere Sachen abgestellt haben und dann festgestellt haben, okay, unten ist doch irgendwie cooler. Das heißt, wir sind eine Runde gelaufen, haben oben unsere Sachen wieder geholt und sind. Also habt ihr nicht kurz so vom Balkon gewunken wie die Queen früher? Übrigens News, Queen ist tot. Holy shit. Queen ist gestorben, ja. Ja, R.I.P. Fand ich auch geist. Ja, war irgendwie weird. Ja. War irgendwie komisch. Die war immer da. Ja, die war immer. Das ist schon krass. Okay, aber ist ja nicht der Queen-Cast. Auf jeden Fall wollten wir nicht oben auf dem Balkon irgendwie sitzen, war uns auch irgendwie so ein bisschen zu abgegrenzt dafür, dass es ein Community-Event war. Also fanden das nicht so cool und haben uns im Endeffekt dann zu Max gesetzt. Der hatte da wieder seine eigenen Sitzmöglichkeiten mitgebracht, habe ich mir einen Sitzsack geschnappt, haben uns da eine schöne, im Endeffekt so eine kleine Blogger-Ecke gemacht, weil Max, die kam ja am Ende auch noch. Also habt ihr die eigentliche Blogger-Ecke dann einfach runter verlegt. Genau. Finde ich sehr gut. Und haben dann bei Max uns ein kleines Quartier aufgebaut, direkt neben dem Tabakstand. Da muss ich dazu sagen, das war wirklich teilweise richtig Kino gewesen, den Leuten zuzuschauen, wie die Köpfe bauen. Oh, das glaube ich. Das hätte ich mir auch gerne angeguckt. Also es waren wirklich manche dabei, die halt so diesen Standard, den wir haben, so auch durchziehen. Also wirklich einfach Funnel, locker, flockig, rein, schön verteilen, HMD drauf und Goffold. Mein Highlight war auf jeden Fall ein Mädel, was einen Tonkopf dabei hatte und eine Tabakgabel und dann den Tabak da von dem Blech da runtergenommen hat und hat den dann in den Tonkopf rein und dann wirklich so richtig schön an die Seite angedrückt und das einmal rundherum gemacht. Oh nein. Dann ist die von unten in die Löcher rein und ist dann mit einem Kamin weggelaufen. Und dann gucke ich so hin, ich gucke so Mo an, ich gucke zurück, habe so gesagt, das kann es jetzt nicht gewesen sein und dann hat sie sich Kohle geholt. Wild. Und das fand ich schon, also. Hey, am Ende des Tages. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wenn sie schmeckt und sie happy ist. Aber es war halt so, so. Aber mich wundert's, dass. So mindblown für mich, weil. Weißt du, was ich mindblowinger finde? Hm? Dass sie trotzdem immer mit ist, der auf so Shisha-Events geht. Weil gerade da hätte ich ja erwartet, dass es dann eher Leute sind, die noch tiefer in der Materie drinnen sind. Nee, da muss ich sagen, war Summer Smoke das Event dieses Jahr. Also ich muss allgemein sagen, Summer Smoke fand ich das coolste Event auch, wo ich jetzt dieses Jahr war. Ich muss aber auch sagen, dass es das Event war, wo am wenigsten von diesen richtig krassen Shisha-Enthusiasten waren. Aber eigentlich auch mal cool. Ich fand das echt cool, weil das wirklich eher so dieses... So egal wer, wenn du Shisha rauskommst, komm vorbei. Genau. Geil. So dieses Community-Ding, es war auch nicht so... Ich fand bei Onel hast du das zum Beispiel sehr gut gesehen, dass wirklich viele so richtig krasse Pfeifen dabei hatten. Ja, viele wollten den Flex. Genau, da hast du an vielen Ständen hier eine Dosha, da hast du eine McCloud Exclusive gesehen. Da stand ja wirklich alles, was so dieses Shisha-Herz, dieses Verrückte, dieses Verrücktsein an dieser Shisha-Welt so begehrt, was halt cool ist. Und dort beim Summer Smoke hast du, da hast du halt mal eine Smokezilla gesehen, da hast du eine Alufife gesehen, da hast du irgendwelche Standard-Vierschlauch-Shishas gesehen, aber halt auch eine Ian oder eine McCloud. Also da war wirklich alles vertreten. Was ich auch wirklich cool fand, auch mal mit den Leuten da zu quatschen, so einfach was bewegt die, was finden die cool. Und die sind halt einfach nicht so krass da drin, die finden es einfach nur nice dann, sich am Wochenende hinzusetzen und dann mit Leuten eine Pfeife zu rauchen. Geil. Ja, also das Einzige, was ich verwerflich fand, und ich denke, da stehe ich es mir bei, da wurden teilweise Zigaretten auf Kohle-Tiller genommen. Ja, okay, das geht gar nicht. Sofort rausschmeißen. Genau. Mein persönlicher Tabak-Sponsor war übrigens auch dabei, weil ich habe Basti getroffen. Basti ist auch noch im Chat, habe ich eben gesehen. Und ich hatte eventuell nur zwei Dosen mitgenommen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin. Also ich hatte eine volle Dose Quizmoop und eine volle Dose Pinkman und dachte so, ja, Mo wird noch was mitnehmen, Swizzy wird noch was mitnehmen. Keiner hat was mitgenommen. Keiner hat was mitgenommen. Also war deins irgendwann auch leer. Und dann dachte ich so, Jungs, ist das jetzt euer Ernst, dass ihr wirklich hier ankommt und nichts dabei habt? Ja, und dann hat Basti, vielen Dank nochmal an dich, Basti, mich netterweise gerettet. Ich bin dann immer mit meinem Kopf da hingelaufen und so, Basti, kann ich vielleicht noch ein bisschen was... Bitte doch mal ein Kaffee machen, Basti. Ja. Der arme Basti, ey. Also long story short, ihr schuldet dem Basti alle noch ein Zwanni. Ja. Okay, verstehe. Könnte man eigentlich so sagen. Ja, aber alles... Basti beschwert sich gerade, dass danach sein Schuppergrapper leer war. Das war nicht meine Schuld. Ich rauche nämlich nicht sogar einen Schuppergrapper. Mit gehangen, mit gefangen. Nee. Da musste Mo oder Swizzy die Schuld geben. Ich würde Swizzy die Schuld geben. Ja, okay. Der spielt ja auch mit dem Controller am PC, dem geben wir jetzt immer die Schuld. Genau. Perfekt. Ja, aber alles in allem auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Event. Waren auch bis zum Ende noch da gewesen. Sehr, sehr viele Köpfe geraucht, viel mit Leuten unterhalten, was natürlich auch immer cool ist, die Leute da zu sehen. Also egal, ob es jetzt die Leute von Shisha World sind oder halt die Community. Was ich auch krass fand, dass Sagon ist an dem Morgen aus Las Vegas zurückgekommen. Krass. Da war er aus der Shisha-Messe gewesen und hat gemeint, er kommt auf jeden Fall nochmal vorbeim Hallo zu sagen. Das fand ich schon sehr, sehr krass. Das ist wirklich krass. So eine Ehre ist das falsche Wort, aber so, dass man wirklich immer vorbeikommt, einfach nur weil die Gäste, also Gäste da sind, weil ein Event von deiner Firma ist. Ja, also es ist ehrenhaft, dass er da noch nach so einer Reise und mit der Zeitverschiebung und, 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 da noch den Weg und die Zeit sich genommen hat. Ja, vor allem bevor er bei der Family war. Der ist ja wirklich vom Flughafen direkt dahin. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr krass. Das ist heavy. Ja, und da haben wir noch einen Abendentspanel ausgehen lassen. An dem Abend sind auch Mo und ich direkt wieder zurückgefahren. Also sind dann fünf Stunden nochmal gefahren. Und ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Trip. Ja. Und würde ich auf jeden Fall jedes Mal wieder machen. Klingt auch sehr, sehr nice. Yes. Und du hattest noch einen schönen, anderen kleinen Ausflug, ne? Stimmt, ja. Ja, und zwar habe ich mit dem Stefan ein bisschen geschrieben. Und ich war ja davor noch nie bei dem im Studio gewesen. So, ich habe es bei dir ja hin und wieder bei Storys gesehen. Ich habe bei ihm auf den Storys gesehen und auch die Erzählungen von Leuten gehört, dass es halt krass sein soll. Dieses. Und dann waren wir, ich weiß gar nicht, wer drauf kommt. Übrigens, Stefan auch noch am Start. Stefan auch noch am Start. Ja. Sehr geil. Dann saßen meine Freundin und ich irgendwann zu Hause und haben ein bisschen geschrieben. Meinst du, na, kommt doch rum auf ein Köpfchen. Ach cool, dann Michel auch mit. Ja. Sind wir auf jeden Fall abends. Also war Miss Directly auch mit. Genau. Okay. Und sind dann abends nochmal spontan zu ihm gefahren. Und ich bin in diesen Raum rein. Ey, ich finde es ja wirklich krass. Krank, ne? Es ist geisteskrank. Also es ist ja erstmal schon krank, wenn du nur diesen Raum immer siehst auf den Storys und du dann siehst, was da noch alles ist. Also wie groß das ist. Ja, genau. Und dann kommst du in den Shisha-Raum, wo du dachtest, that's it. Ja, also meine Freundin ist in den Raum, also in den Eingang reingekommen und hat eigentlich schon angefangen, eine Wohnung zu planen. Und ey, der Shisha-Raum, das Regal da hinten, der Beamer war noch runtergefahren, so die Leinwand, wo dann Ali einfach lief, der die ganze Zeit geschrien hat. Echt? Schreit der so viel? Also die haben so diese Wind-Challenge gemacht. Ah, okay. Und da hat er wirklich viel geschrieben. Okay. Ja, aber es war wirklich abnormal. Okay. Und auch dann siehst du da so Tabak stehen, wo du so denkst, so, ja, ich nehme dann mal alles mit. Du meinst, du bist in Amerika oder Russland, aber bist in Deutschland. Nee, ist also wirklich sehr, sehr krass. Und ich habe uns dann ein spannendes Pfeifchen gegönnt. Ich habe mir, ich muss sagen, ich war richtig überfordert damit, welche Pfeife ich nehmen soll. Weil. Fühle ich. Ich habe dann wirklich ganz Standard die Valkyrie genommen. Ja. Obwohl es eigentlich in der Sammlung fast nichts Besonderes ist. Ja. So dumm sich das anhört. Eine von vielen extrem geilen Pfeifen. Ja. Ja. Nee, also wirklich. Hätte ich auch gern. Ja. Ich muss sagen, Stefan war auch ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ich hier ausgemistet habe und dass ich hier ein bisschen umgestellt habe und noch ein bisschen umgeräumt habe und wieder angefangen habe, hier ein bisschen was vorwärts zu machen, weil ich sehr, ich will nicht sagen festgefahren, aber ich war halt so im Alltag gefangen, weißt du? Ja. Das war dann halt einfach so das Büro und das war das Büro. Ja. So ist das. Ja, klar. Ja. Und dann habe ich gesehen, wie geil das bei Stefan ist und ich war so, okay, ich muss ein bisschen was machen. Ja. Ja. Ja, aber das war also, das Ding ist ja, wenn du so vor, es war ja schon krass, als du vor einem, eineinhalb Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange bist du schon hier drin? Das war März 21. Also schon anderthalb Jahre. Also schon anderthalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Ja. Als du vor, als ich das erste Mal vor eineinhalb Jahren hier in dem Studio drin war, so einfach war es losgelöst von zu Hause, ein eigenes. Genau. Es war wirklich ein Büro. Ein Büro für dich als zum, für die Socials, für die Arbeit, die du hast. Und ich finde es übrigens krass, guck mal, mittlerweile, Stefan hat ein Büro, Ali und Yannick haben ein Büro, gut auch mit und wegen Case, aber halt jetzt auch für sie natürlich. Und Simon hat jetzt ein Büro. Simon hat jetzt eins, ja. Krass, oder? Das ist geisteskrank. Innerhalb von anderthalb Jahren, von null zu vier Leuten, die jetzt ein Büro wegen Shishas da fahren. Ja. Ja, und dann, und bei Stefan ist ja nochmal ein, war es für mich nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Ja. Was so die, die Größe, die, die Dimension einfach angeht. Von allem. Also von der Fläche, von dem Zeug, was da rumsteht, krank. Ja. Also das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schöner Abend. Stefan auch einfach eine super angenehme Person. Also ist so jemand. Und Stefan kann man immer gut chillen, immer reden, immer für eine Pfeife zu haben. Gut, hat er jetzt auch ein neugeborenes Kind daheim. Da ist das natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, aber wer das nicht versteht, ist auch Schmutz. Das stimmt. Muss ich übrigens auch nochmal sagen, wir waren ja beim Only-Band zusammen und Irgendwann hat, glaube ich, irgendwann gepennt. Ja. Aber Stefan hat wirklich die ganze Fahrt sich mit mir unterhalten. Einfach nur so dieses, so, du kennst ja selber, wenn du der Fahrer bist, du wirst ja irgendwann automatisch spielen. Und wenn du dich unterhältst, ist es einfach so viel angenehmer. Du bist also gefahren. Ich bin gefahren und Stefan hat die ganze Zeit einfach mit mir gequatscht über alles mögliche. Das ist halt einfach cool. Ja. Nein, dann geht die Fahrt auch viel, viel schneller rum. Genau. Ja. Yes. Und bei dir war auch noch ein bisschen was los. Ja, aber der Rest von meinem Sommer war eigentlich recht uneventful, würde ich sagen. Also seit Juli, ich habe ein bisschen weniger gearbeitet als sonst und ich habe, und das kann ich ja gerade jetzt, wo wir schon Ende September sind, kann ich das noch besser in der Retrospektive sagen. Ich habe im Sommer bewusst ein bisschen weniger gearbeitet und habe wirklich jede Gelegenheit mitgenommen, mit meinem Papa aufs Boot zu gehen. Ich hatte es ja jetzt schon ein paar Mal davon im Shisha-Cast, Wakeboarden, großes Hobby, Boot, großes Hobby, von meinem Papa auch ein großes Hobby. Und deswegen war ich super oft mit meinem Papa auf dem Boot und habe die ganze Zeit gesagt, ja Freunde, das ist jetzt aktuell so, aber irgendwann ist auch wieder Winter und dann fällt das weg und dann kann ich nicht mehr Wakeboarden. Also will ich so oft es geht und so viel es geht und so lange es geht auf dem Boot sein und am Wakeboarden sein, weil in ein paar Wochen ist es wieder rum und dann geht es wieder für Monate nicht. Ja, vor allem man muss ja auch dazu sagen, ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber für mich ist es auch immer im Sommer sowohl für Shisha als auch für Social Media so ein gewisses Sommerloch einfach. Allgemein. In den Sommerferien ist die komplette Wirtschaft auf Halbmast. Ja, und das ist halt einfach, wo du auch sagen kannst, du musst jetzt kein schlechtes Gewissen haben zu sagen, ich gehe da jetzt wirklich. Genau, gestreamt habe ich trotzdem. Das heißt, wer da war oder auch wie viele Leute aus dem Urlaub zugeguckt haben, auch mega funny. Dann hat der eine geschrieben, ich bin in Kroatien, ich bin in Spanien, ich bin in Italien, ich bin in Dubai, ich bin, das ist saugeil, saugeil. Das ist crazy eigentlich. Ja, und trotzdem sind sie Dienstag, Donnerstags und Sonntags um 8 Uhr vorm Handy, Tablet, was auch immer und ready für einen Stream. Megawild. Das ist krank. Ja. Ja, also ich habe trotzdem gestreamt, aber der Rest wurde ein bisschen runtergefahren. Ich habe sehr viel Zeit auf dem Boot mitgenommen, was auch unglaublich gut getan hat. Und jetzt, wo seit ein paar Wochen so die Hauptbootssaison auf jeden Fall rum ist, ich weiß nicht, wenn noch mal ein, zwei wirklich geile, warme Tage sind, gehen wir vielleicht raus. Aber das ist einfach nicht mehr dasselbe. Ja, können wir auch mal kurz drüber reden, dass einfach Deutschland den Herbst geskippt hat? Den Herbst geskippt hat? Ja. Ich finde, diesen Übergang, ich finde, den Spätsommer haben wir geskippt. Wir hatten null Spätsommer. Also wir hatten auf jeden Fall keinen Übergang. Also es war irgendwie so, an einem einen Tag stand ich noch bei 30 Grad, ein kurzer Hose und ein T-Shirt draußen. Aber am nächsten Tag habe ich meinen abgefroren draußen. Vor einer Woche waren ein paar Leute bei mir, die auch ein paar Mal mit auf dem Boot waren. Und da habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass wir vor drei Wochen abends um sieben in Badehose nass auf dem Boot waren, ins Wasser gesprungen sind, um noch eine Runde zu wakeboarden? Und jetzt sind es draußen, acht Grad, Regen, dunkel, what the fuck? Das ging so schnell und das hat mir wirklich nochmal gezeigt, das war die absolut goldrichtige Entscheidung im Sommer zu sagen, wenn es ein geiler Tag ist und es irgendwie geht, dann gehe ich aufs Boot. Punkt. Das war goldrichtig. Zu 100 Prozent. Aber beim Bootfahren hast du ja noch einen kleinen Unfall gehabt. Ja, also ich würde nicht sagen, ich hatte einen Unfall. Sondern ich würde sagen, ich musste einen Preis bezahlen. Okay. Aber der war es wert. Der war es wert. Okay. Gerade jetzt im Nachhinein. Der war es wert. Ich bin mit drei Freundinnen, nee, mit zwei Freundinnen aufs Boot und mit meinem Papa und noch einer Bekannten von ihm. Also wir hatten basically drei Models dabei. Und ich wollte eh schon die ganze Zeit mal ausprobieren, die Drohne mitzunehmen und ein bisschen ins Boot zu filmen. Ich war ein bisschen skeptisch. Ich dachte so, so eine 1300 Euro Drohne übers Wasser fliegen. Wenn dann was schief geht, dann ist halt ziemlich viel Geld instant komplett futsch. Und der meint, das Wasser ist gut, der hat Badewasserqualität, aber es ist ein Sedimentefluss. Das heißt, da sind sehr, sehr viele gelöste Steinpartikel, die da drin sind. Deswegen sieht er recht trüb aus. Wasser ist trotzdem top, aber er ist nicht schön klar. Er ist halt ein trüber Fluss. Und das heißt, wenn die Drohne 30 Zentimeter gesungen ist, dann ist es vorbei. Du findest die nie wieder. Die taucht vielleicht irgendwo nach drei Schleusen wieder auf. Aber dann ist es wohl zu spät. Aber auf jeden Fall habe ich dann das Boot gefilmt und die Aufnahmen sind auch Killer geworden. Zwei Models hinten auf die Badeplattform gelegt, auf die Liegeplattform. Und dann mit der Drohne rumgefahren, dann noch in voller Fahrt hinterher und in voller Fahrt vorneweg rückwärts geflogen und das Boot gefilmt, wie es nach vorne fährt. Und es sah alles richtig geil aus. Dann waren wir fertig und du musst so eine Drohne ja landen. Und zum Landen brauchst du ja eine gewisse gerade Fläche, wo du die dann landen kannst. Also dass die automatisch landet. Das heißt, das geht nicht auf dem Boot. Ist aber kein Problem. Ich habe die Drohne schon, weiß ich nicht, 30 Mal vorher. Du fängst die, hältst sie fest, drehst sie um und dann merkt die, dass du sie umdrehst und dann geht die aus. Das hast du ja auch beim Blogger Meet schon gemacht, wo du sie gekauft hast. Beim Blogger Meet habe ich das gemacht. Beim O&L Event habe ich die auch viermal an dem einen Tag fliegen lassen, gefangen, umgedreht. Also ich mache das eigentlich regelmäßig. Man sollte also meinen, ich kann das. Auf einem Boot, was treibt, während die Drohne ihre GPS-Position hält. Das heißt, du treibst unter der Drohne durch. Das zu timen, dass die Drohne runterkommt und im richtigen Moment in deiner Griffreichweite ist, aber auch nicht zu früh, weil sie merkt, da ist was und steigt wieder hoch, war ein bisschen tricky. Dann greife ich nach der Drohne und merkst du, scheiße, die hat meinen Daumen getroffen und habe nochmal nachgegriffen, also anders nachgegriffen. An meinem Daumen war es nicht so schlimm, aber meinen kleinen Finger habe ich leider schön in den Propeller gehalten. Und dann hast du richtig an meinem kleinen Finger gesehen, so im oberen linken Drittel, wie der richtig schön so in Scheibchen geschnitten wurde. Also da waren bestimmt so fünf, sechs, sieben, acht Cuts. Ein paar tief, ein paar fast gar nicht schlimm. Ich habe gemerkt, ich bin dagegen gekommen. Es hat aber nicht wehgetan. Dann habe ich die Drohne umgedreht und habe die so gehalten und wollte die Drohne wegpacken und dann habe ich gemerkt, dass was Warmes in meinen Arm runterläuft. Ja, kann man sich ja jetzt denken, was das war. Das war Blut. Also saß ich da auf dem Boot und mein kleiner Finger war eher Hackfleisch als kleiner Finger. Und ja, dann saß ich da. Aber es hat erstmal gar nicht wehgetan. Also ich glaube, durch diesen Schlag wurde das so ein bisschen betäubt. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ist auch egal, am Ende hat es erstmal nicht wehgetan. Dann hat es wie Sau geblutet und dann habe ich da halt drauf rumgedrückt. Also mit so einem Zeh war, dass das ein bisschen, dass die Blutung stoppt. Dann sind wir schnell an die Anlegestelle gefahren, haben noch eine erste Hilfestelle aus dem Auto geholt. Zum Glück sind sowohl mein Papa, als auch die Begleitung von meinem Papa gelernte Krankenpfleger. Das heißt, die können mit sowas umgehen. Die haben dann schön meinen Finger verbunden. Und ja, dann war das so. Dann sind die Mädels noch ein bisschen Wakeboard gefahren und so. Ich saß dann immer so mit meinem Finger da. Ja, es ist der kleine Finger oben, würde mich loben oder so. Ja, so bin ich dann aber zwei Wochen rumgelaufen. Wirklich mein größtes Problem war, dass ich dann genau sieben Tage danach stand ich wieder auf dem Wakeboard. Und mein Finger war immer noch offen. Naja, ich hatte den verbannt. Dann habe ich mir einen Putzhandschuh genommen, so einen Gummihandschuh, den über meine Hand gezogen und habe den unten mit Haargummis fixiert. Das hat funktioniert, Digga. Ich bin basically so gefahren, dass der kleine Finger immer abstand, wenn ich die Hande gegriffen habe. Und habe immer versucht, wenn ich irgendwie untergegangen bin, weil ich fertig war, ich habe keine wilden Sachen gemacht, aber ich wollte fahren. Ich wollte fahren, ich wollte Wakeboard fahren. Und habe den dann beim Einsinken so hochgehalten, dass da kein Wasser dran kommt. Und dann war ich wieder auf dem Boden, habe das abgemacht und der war noch komplett trocken. Also, it's not stupid if it works. Und it worked. Ja, war einfach so. Ja? Ja, war gut. Und dann war ich sieben Tage später wieder auf dem Wakeboard und dazwischen war ich halt mies abgefuckt. Ja, das glaube ich. Das war auch, ja. Also, es war nicht schlimm, aber es war nervig. Ja, und die Aufnahmen vom Brot. Ich finde es sehr geil. Deswegen hat es sich gelohnt. Ja, und ansonsten habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen Studio aufgeräumt, Studio umgebaut, dabei viele Sachen aussortiert. Und viele von den Sachen, die ich aussortiert habe, habe ich auch einfach verschenkt. Und dann war ich aber so, die müssen jetzt weg. Kennst du das? Das muss jetzt erledigt sein. Ich bin jetzt an diesem To-Do dran und es muss jetzt erledigt sein. Ich komme leider nicht zu dem Punkt, was beim Aussortieren. Ich muss auf jeden Fall mehr aussortieren. Ja, aber du wirst auch bei so einem Kollaps erleiden und wirst radikal aussortieren. Ich glaube, das wird bei dir genauso sein. Da muss erst dieser gewisse Threshold erreicht sein und dann pam. Aber guck mal, bei mir ging es ja auch ewig. Und dann habe ich 40 Pfeifen, 30, 40, irgendwas zwischen 30, 40 Pfeifen verkauft und 10 jetzt nochmal verschenkt. Das heißt, ich bin instant von 130, 140 auf 80 oder 90 runter. Das Ding ist, bei mir ist, glaube ich, jetzt auch sehr zeitnah dieser Punkt, weil einfach, es passt nichts mehr in das Zimmer rein. Also es ist der Punkt, wo ich anfange, ein zweites Zimmer einzunehmen und im Wohnzimmer stehen einfach noch fünf Pfeifen rum. Verpackt, also OVP. Das gefällt Mama bestimmt nicht, oder? Gar keinen Fall. Schwierig. Und es passt aber wirklich nicht mehr in das Zimmer rein. Ja. So, ich habe auch, meine Freundin war an dem Wochenende, wo wir bei Summersmoke waren. Sie hatte, in der nächsten Woche hat sie Klausur gehabt. Und sie kann bei mir einfach besser lernen, kann sich eine Pfeife anmachen und so weiter. Und da ist sie halt zu mir gekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn man Freundin da ist, mache ich eigentlich alles, was Pfeife betrifft. Also ich suche die Pfeifen aus, ich mache die sauber, ich baue den Kopf und alles mögliche. Davor hast du auch direkt zweimal Content. Das kommt auch noch dazu, aber sie hat halt basically so fast gar nichts damit zu tun, so was unten steht, welche Pfeife sie kriegt und so weiter. So, jetzt war ich natürlich nicht da. Das heißt, sie musste sich selber eine Pfeife aussuchen, Kopf aussuchen etc. Und da hat es halt eigentlich schon angefangen, weil wir haben gerade bei Maxi gechillt. Und auf einmal kriege ich eine Nachricht von ihr und ich gucke sie aufs Handy, da ist einfach nur ein Bild. Und darunter steht, wir müssen mal reden. Oh, Junge, das darf man aber nicht machen. Und ich dachte so, what the fuck, was geht denn jetzt? Hat sie meine Hardcore-SM-Pornosandung unter Bett gefunden? Scheiße. Und dann gehe ich auf das Bild drauf und dann sehe ich einfach nur dieses Bild von dem Zimmer. Ich kenne das ja, auf dem Bild sah das wirklich dramatisch aus. Wo du einfach keinen Boden mehr siehst, sondern einfach nur Teller. So Teller von Pfeifen. Hey, geil. Wie viele hast du aktuell? Es dürften, also die aufgebauten sollten, es dürften so 120 sein. 120? Ja, dann bist du fast an dem Punkt, wo ich war. Plus halt die, die noch rumsteigen. Musst du eigentlich einmal toppen. Ja, es geht aber nicht. Ja, ich weiß. War ja bei mir auch so. Ich meine, guck mal, bei mir war das doch genau dasselbe. Ich habe im Flur angefangen, meine Pfeifen schön ins Regal zu stellen und endlich hatte ich mal einen geilen Platz für meine Pfeifen. Dann kamen immer mehr Pfeifen. Dann war aber irgendwann das richtig First World Problem gerade, ne? Das ist richtig, ja. Das ist richtig unsympathisches, abgehobenes Blogger-Pack-Probleme. Ja. Ich erzähle es trotzdem kurz fertig. Es ist trotzdem für uns Arbeitsmaterial in einem gewissen Punkt. Ja, natürlich. Das ist wie du in der Metallverarbeitung über Metalllager musst, brauchen wir für unseren Content, für Reviews und Co. brauchen wir halt Pfeifen, ne? Aber bei mir war es dann so, irgendwann war der Flur voll. Und dann habe ich die ersten so, ich stelle das mal in das andere Zimmer. Ja. Ich stelle die mal kurz rüber. Ich mache für die mal Platz, das passt dann schon. Und irgendwann standen in einem anderen Raum 30 Pfeifen und literally so ein Viertel von dem Raum, immer so von der Wand, so langsam vorgearbeitet, irgendwann war ein Drittel, ein Viertel von dem Raum, da standen einfach nur Pfeifen auf dem Boden, einfach rum. Und irgendwann dachte ich mir so, Digga, das ist so dumm. Du benutzt die nicht, du benutzt die einfach nicht und die stehen hier einfach nur rum. Ja. Mach doch was damit. Dann dachte ich, okay, Teil wird verlost, Teil wird verschenkt mäßig, ein Teil wird verkauft. Ja. Was habe ich dann gemacht? Auf jeden Fall, als ich das Studio aufgeräumt habe, war ich so, die müssen jetzt weg. Dann habe ich gesagt, komm, Mike und seine Freundin waren hier. Mhm. Habt ihr heute Abend was vor? Nö. Wollen wir einfach die Sachen einpacken, wir machen einen IRL-Stream an, also einen Handy-Stream unterwegs in Real-Life IRL und wir fahren einfach nach Frankfurt und sagen, wer hier hinkommt, kriegt eine Pfeife. Haben wir gemacht. War geil. War wirklich geil. Ja. Ja. Ja, nee, aber mittlerweile ist das schon so, wenn wir zu Freunden gehen oder sowas und ich weiß, die haben jetzt, die rauchen gerne Shisha, aber haben halt nicht so viel zu Hause. Ich packe da Sachen einfach ein, nehme die mit so, die freundlich deinen Ast. Ich habe letztens, glaube ich, sechs, sieben Dosen mitgenommen, weil ich brauche die halt nicht, zwei werden auch komplett verschlossen, wo ich halt sage, die habe ich mir mal irgendwann geholt, die rauche ich aber dann trotzdem nicht, weil ich die schon mal probiert habe. Tüte eingepackt, noch eine Packung Kohle rein, hingestellt und dann hat sich halt den Ast gefreut. Das ist halt cool. Das ist geil. Ja, und es tut uns absolut nicht weh und andere freuen sich wie bekloppt. Und das ist auch saugeil. Auch allein so, das ist auch so süß. Weißt du, dann sind wir so in Frankfurt und dann sind die Ersten gekommen und so, ja, hallo, wir haben den Stream gesehen. Wir haben jetzt ein bisschen eine Pfeife aus und so. Wenn das okay ist, ja. Und dann so ans Auto gegangen und dann so eine Pfeife ausgesucht und dann sag ich so, es sind ja auch noch Köpfe da. Dann nimmt er so einen Kopf. Du kannst ruhig mehr nehmen. Und dann nehme ich nur einen zweiten und nimmt so einen zweiten. Ich so, Digga, du kannst auch sechs nehmen. Und er so, das ist so, sechs Köpfe. Das ist so süß, Alter. Das ist geil. Und da waren am Ende bestimmt so 20 Leute oder so. Und dann musste ich irgendwann sagen, okay, pro Gruppe eine Pfeife, weil ansonsten wären in einem von für zehn Minuten alle Pfeifen weg gewesen. Das war geil. Ja, zu 100 Prozent. Ja. Ja, muss ich auf jeden Fall auch mal machen. Ja. Fähig. Ja. Muss halt leider sein. Dann waren wir noch einmal zusammen unterwegs und zwar hatte der liebe Mö Geburtstag, der ja eben auch noch hier war. Genau. Genau. Mö hatte Geburtstag und Digga, da liegt immer noch sein Geschenk bei mir daheim. Ich habe das an dem Abend vergessen. Ich habe gesagt, dein Geschenk liegt bei mir. Und wir haben uns aber seitdem, glaube ich, auch nie gesehen, persönlich bis heute. Und heute habe ich, da habe ich echt nicht dran gedacht. Da hatte ich ganz andere Sachen im Kopf. Wie zum Beispiel, holy shit, ich muss immer noch elf Stunden streamen. Mindestens. Mindestens. Ist mir übrigens auch letztens aufgefallen. Wir haben uns so lange einfach nicht mehr so gesehen. Einfach, also wir sehen uns dann bei Events irgendwie. Ja. Oder halt dann bei solchen Events. Aber so ein Köpfchen geraucht irgendwie, voll lang nicht mehr. Und bei uns ist es auch immer so phasenmäßig. Das stimmt, ja. Manchmal haben wir eine Phase, da gibt es dann drei Wochen, wo wir uns dreimal die Woche zum Mario Kart zocken treffen. Mindestens. Also es gab ja eine Zeit lang, da habe ich gefühlt bei dir gelebt. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist übertrieben. Es war wirklich so, dass ich eigentlich jeden Abend bei dir war. Wir haben ein Köpfchen angebracht, Mario Kart gezockt. Viel, ja. Bei mir gelebt, ja. Gut, aber auf jeden Fall hat der Mo Geburtstag, hat er mit mehreren gefeiert und da waren wir beide. Ja. Das wollten wir euch erzählen. Genau. Das war schön. Also Mo ist jetzt auch Cocktailmaster. Ach Gott, oh Gott. Mein Unterbewusstsein hat das schon in diese Schublade, möchten wir bitte verdrängen, bis wir uns gar nicht mehr dran erinnern können, verschoben. Ja. Ich war zum Glück alleine da und bin auch gefahren deswegen. Deswegen, ich war leider, leider raus bei dem kleinen Versuch Cocktailmaster zu werden, aber du warst glücklich. Ja, es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich dachte, es wird schlimmer, aber es war... Also als ich den da hinter der Theke im Umera gesehen habe und der literally alles irgendwo reingekippt hat, dreimal geschüttelt hat, als ob es cool aussehen wird. Schwierig. Ich beschreibe es als Wodka mit Süß. Ausgefallen. Äußerst ausgefallen. Sehr ausgefallen. Ja, nee, war ein schöner Abend. Ich habe Mo dann noch in Monkey abgezogen, also wie immer halt. Und ja, das steht nicht auf deinem Teller irgendwie zweitbester Monkey? Ja, nach meiner Freundin, Mo ist halt irgendwie so da. Ah, okay, verstehe. Ich meine, du bist ja auch besser als Mo, weißt du. Also, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die Statistiken sind, aber wäre nicht abwegig. Ja. Da waren wir auf jeden Fall zusammen, aber Alex. Ja. Du hast ja ein komplett neues Steckenpferd entwickelt. Ja, genau. Du bist ja jetzt langsam, man könnte schon fast sagen, der Shisha abtrünnig geworden. Du hast dich nach anderen potenziellen Szenen umgeschaut und du bist fündig geworden. Genau, weil Shisha ist einfach nicht mehr so meins, muss ich leider echt sagen. Und da war für mich natürlich das nächstgelegenste Hobby, als bei Social Media. Also deine andere große Leidenschaft, die du bis jetzt halt eher für dich ausgelebt hast und weniger auf Social Media. Genau, und da wollte ich dann einfach so ein bisschen anknüpfen. Aha. Und deswegen, ich werde jetzt. Dieser eine Typ, der gerade vor dem Shisha-Kass ist, was kommt jetzt? Was macht er denn? Ich werde jetzt Beauty-Blogger. Nee. Doch. Ja, gut, aber ist ja auch naheliegend. Ja, klar. Also ich meine, man sieht ja immer so, manche haben mich ja schon darauf angesprochen. Wie oft habe ich dich gefragt? Alex, wie machst du deinen Leadschatten so gut? Ja, und da dachte ich mir, da muss ich einfach auch Reviews und Shopping-Hauls zu machen, weil es wird halt einfach gefragt. Nee, also kleiner Spaß beiseite. Ich war mit meiner Freundin auf der... Heavy Spaß. Nee, wir waren auf der Claw in Essen. Also ich muss ja sagen, ich war da schon mal gewesen mit ihr. Ich dachte wirklich, du kommst jetzt clean. Aber dass du jetzt wieder erzählst, dass ihr da wegen deiner Freundin wart, weiß ich nicht, wie gut ich das finde. Ich stehe für mehr Ehrlichkeit im Social-Media-Bereich. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich wirklich Messen einfach mag. Das ist immer cool. Das Event Messen einfach cool. Und deswegen war ich... Willst du im Januar mit auf die Bootmesse? Ja. Ich fahre mit meinem Papa hin. Düsseldorf. Die Boot. Größte Messe Europas. Die Boot. Die Boot heißt wirklich so. Die Boot Messe. So in eckigen Klammern mäßig. Ja, wie gesagt, Messen finde ich allgemein immer cool. Auch einfach so dieses zu sehen, wie es andere Szenen machen. Weil ich finde zum Beispiel im Shisha-Bereich die Stände teilweise sehr, sehr langweilig teilweise oder sehr, sehr einfach nicht einfallsreich. Oder die Shisha-Messe ist, wenn man sich die Messenszene anguckt, schon ein sehr, sehr ausgefallenes Ding. Und da muss ich sagen, gab es da einfach auf der Claw so Stände, die vielleicht gar nicht mal halb so groß waren, wie so der Standardstand von der Shisha-Messe. Aber einfach so viel schöner gemacht, so viel mehr aus dieser Größe rausgeholt, was ich einfach cool fand. Also das haben wirklich dann so mit Kunstrasen ein Standmal, wirklich so einfach richtig schön. Und das fand ich aber auch super. Beispiel auf der Boot, also auf der Boot, ach egal, scheiß drauf, auf der Bootmesse gibt es eine komplette Wassersporthalle, die als ich das letzte Mal da war, komplett wie ein Beachclub aufgezogen war. Da war Sand, da waren so Hütten, wo du dir Cocktails ziehen konntest. Da war sogar ein kompletter Indoor-Pool, in dem du Wakeboarden konntest. Ich bin da Wakeboard gefahren, im Januar, auf der Messe. Das ist natürlich so eine Anlage, nicht hinter einem Boot, obviously. Da ist so ein kleiner Pool mit einer System 2.0-Anlage, das heißt, du kannst von A nach B, von B wieder nach A fahren. Und dann bin ich da Wakeboard gefahren. Du kannst dir da basically, gehst in den Wassersportbereich, gehst in eine Halle, wo du dir Wassersport-Equipment holen kannst. Du kannst es direkt testen in der Wakeboard-Halle. Krank. Super cool gemacht, aber. Ja, auf jeden Fall, Clow ist eine super schöne Messe, was halt da dran krank ist. Es ist, du kannst dich auch in Spanien erinnern, wie krass das da gehypt war mit Verschenken. Ja. Clow ist das exponentiell mal 10. Exponentiell mal 10? Genau. Oder hoch 10? Mal 10. Das konnte ich einmal mit Mathe flexen und dann gönnt er nicht. Aber man muss auch dazu sagen, was die da verschenken, ist geisteskrank. Echt? Ja, wir saßen dann da und die haben, kennst du diese Augenpads, was sich Frauen manchmal unter die Augen machen? So diese Anti-Augenring-Pads. Die kosten ja so ein Stück, also zwei von diesen Pads kosten ja 1,50 oder sowas. Wir haben davon, wir haben uns da nie groß angestellt. Wir sind einfach ein bisschen umgelaufen, da war eine Schlange oder war so ein Splitterrad, haben uns mal hingestellt. Irgendwann haben sie die Sachen einfach in die Hand gedrückt. Ohne, dass du was gemacht hast? Auf jeden Fall, wir saßen dann zu Hause, 100 Stück. 100? 100. Krass. Das ist ein Wert von 150 Euro einfach mal. Nimmt man mit. Ja, und das ging halt durchgehend. Du hast da normal, also das wäre wie wenn du auf der Shisha-Meiste, wenn der Hokkainer von der Pfeife hin so ging, oder so ein Popo. Ja. Oder eher wie wenn du an jedem Stand irgendwie 100 Gramm Kohle kriegst und am Ende gehst du mit 15 Kilo Kohle heim. Aber das war halt überall so. Seeberger, sagt dir was? Das sind die Nüsse, oder? Ja, also so dieser Studentenfutter, was relativ teuer ist und so diese getrocknete Mango, getrocknete Früchte. Haben die einfach verschenkt? Die großen Packungen? Ja. Lull. Warum haben die auf einer Beauty-Messe? Ja, das ist halt auch so healthy Lifestyle. Der war allgemein so ein bisschen auch so von den Sachen, also so Hay Nutrition und so weiter, so diese Riegel waren auch da gewesen und ja, alles verschenkt. Die haben auch da kostenlos so Erdnussbutter gemacht, also selber. Aus Erdnüssen? Ja. Geil. Also wirklich sehr, sehr coole Sachen da gewesen, aber das war wirklich krank. Also die sind da teilweise mit Koffern rumgelaufen, die Leute. Das ist krank. Also ganz andere Welt, aber war ein cooles Erlebnis. Und Essen allgemein auch, war ganz schön in der Stadt. Shisha-Bar war unbefriedigend eher, muss ich leider sagen. Überraschung. Aber ja, war ein cooler Ausflug. Geil. Genau. Stark. Ich habe auch noch einen coolen Ausflug gemacht. Und zwar in das Headquarter von Aeon. Und zwar, um mit dem Mo ein ganz besonderes Video zu drehen. Und dieses Projekt lief seit März. Stimmt, das ist schon. Seit März. Stimmt. Dieses Projekt ist heute gegipfelt. Wir haben uns vorhin im Stream, als der Mo da war, haben wir das zusammen geguckt. Läuft seit einem halben Jahr. Vor einem halben Jahr hatten wir die Idee, ey lass das mal machen. Bis wir dann jemanden hatten, der das mit uns gemacht hat. Dann ist die erste Person abgesprungen wegen Shisha, blablabla. Bis wir eine neue Person gefunden haben. Bis wir einen Termin gefunden haben. Bis wir das dann da aufgenommen haben. Bis das dann weiterverarbeitet wurde. Bis wir das dann wieder in der Hand hatten. Bis der Mo und ich dann heute endlich beide mal wieder gleichzeitig einen Termin frei hatten. Und wir es heute endlich im Stream gemacht haben. Hat ewig gedauert. Aber das war es wert meiner Meinung nach. Und du musst mir gleich sagen, ob es das für dich wert war. Weil du rauchst ja gerade die Marv Bowl 2.0. Und zwar haben der Mo und ich uns gedacht, wir brauchen eigentlich mal ein paar ausgefallene Sachen für Mo und Marv in Gefahr. Das ist ja irgendwie ein Format, was sich selbst geschaffen hat. Irgendwie schon. Also es ist irgendwann im Stream, glaube ich, entstanden, oder? Ja, das war nie so, dass wir gesagt haben, ey, lass uns mal zusammen irgendwas machen. Ja. Sondern es hat sich einfach irgendwie so entwickelt, dass wenn der Mo im Stream als Gast da war, dass wir ab und zu so Sachen machen. Und irgendwann sind wir dann noch auf den Namen Mo und Marv in Gefahr gekommen. Und dann war das einfach ein Ding. Ja. Und dann wollten wir die Folge Mo und Marv in Gefahr. Wir Töpfern unsere eigenen Shisha-Köpfe machen. Also haben wir dann jemanden gesucht, der töpfern kann. Haben die dann eingeladen. Dann ist die abgesprungen. Dann haben wir nach der nächsten Person gesucht. Haben dann die liebe Silke gefunden. Das ist übrigens dieselbe Silke wie die Silke, die auch bei Aeon war und da mit den Leuten getöpfert hat. Ja. Also wenn du die da gesehen hast, am Töpferstand, das war genau die Dame, die mit uns unsere Köpfe gemacht hat. Und dann waren wir bei Aeon, ich habe mein ganzes Kameraköp mit eingepackt, bin da hingefahren, alles aufgebaut, wir wirklich am Anfang nahezu verzweifelt, weil Töpfern so unglaublich viel schwerer ist, als es aussieht und als man denkt. Und ich dachte mir schon so, das wird bestimmt eine Challenge, aber das kriegen wir bestimmt hin. Digga, also hätten wir die Silke nicht dabei gehabt, die da wirklich Geduld ohne Ende hatte und uns da geholfen hat, das wäre komplett in die Hose gegangen. Wie lange ging der gesamte Dreh? Also ich glaube, ich war so neun Stunden bei Aeon. Boah. Krass. Und das war wirklich, abgesehen von der Mittagspause, war das wirklich, wir bauen jetzt auf, wir fangen jetzt an. Das ist crazy. Ja. Also sagen wir, wir hatten eine halbe Stunde Pause. Stunde vielleicht. Hattest du nicht schon einen gewissen Respekt, weil wir hatten ja schon die ersten kleinen Erfahrungen gemacht, als wir bei Hukain gewesen sind. Aber wirklich die allerschlimmsten Schritte mussten wir, das was wir bei Hukain gemacht haben, war das i-Tüpfelchen. Okay. Das war wirklich nur das i-Tüpfelchen. Und wir haben ja nur einen winzigen Schritt davon gemacht. Danach haben wir die Köpfe ja wieder abgegeben. Stimmt, ja. Also wir haben weder Expertise noch sonst irgendwas gebraucht. Wir haben uns da hingesetzt, haben da ein bisschen auf den Köpfen, ich sag mal, rumgekriegelt, bis irgendwas Cooles rausgekommen ist. Dann haben wir das ein paar Mal gemacht und gut. Ja. Aber wirklich das Töpfern an sich, dann das Zentrieren und das Hochziehen und das Aushöhlen und all diese Schritte, geisteskrank. Aber am Ende haben wir es geschafft und ich will auch gar nicht zu viel drüber reden jetzt im Cast, weil da wird natürlich, also ihr müsst euch vorstellen, von dem Tag haben wir dann, hat der Basti geschnitten, sozusagen ein Video, auf das Mo und ich dann, ohne dass wir den Leuten vorher Bescheid sagen, reagieren können. Die das dann wissen, dass wir das gemacht haben, wir dann die Köpfe aus der Tasche ziehen und die dann rauchen. Und das alles wird jetzt nochmal in ein Video geschnitten. Das heißt, die Reaction, wie wir auf den Entstehungsprozess reagieren und dann den Test und unser Fazit, das kommt jetzt in ein Video und dann kommt es hoch auf YouTube. Okay. Das ist, was wir vorhaben. Ja, das ist der Plan. Und ja, jetzt haben wir die Köpfe da, wir haben sie schon geraucht und ohne zu viel verraten, weil die Leute sollen ja noch das Video gucken. Was ist dein Eindruck vom Kopf? Du rauchst die Marv Bowl 2.0. Ich rauch die Marv Bowl 2.0. Ich muss sagen, zuerst im Kopfbau, es war anders, ungewohnt, muss ich sagen. Bisschen tricky, ne? Sehr flach. Ja, es war wirklich sehr, sehr flach. Ey, ist wunderbar, ich habe an die 25-Gramm-Regelung gedacht. Jetzt, ohne Spaß, kann bitte irgendein Hersteller das so übernehmen. Ja, ne? Ja, weil... Hier, ihr hört's, kauft alle die Marv Bowl 2.0, ist ein Joke, gibt's nicht zu kaufen. Weil, hättest du mir jetzt gesagt, da läuft ein, keine Ahnung was? MIT. Ja gut, habe ich nicht geraucht. Keine Ahnung. Hättest du mir irgendwie geklappt? Das ist ein neuer Prototyp von einem potenziellen Popo-Nachfolger. Hätte ich dir geklappt. Oder? Es ist, der, der lief super, super gut. Also, es ist, ich kann, ich kann nicht meckern. Das Einzige, was komisch, wo du merkst, dass es kein legit Produkt ist, finde ich es, wenn du eine Smokebox aufsetzt. Ja. Weil da ist noch ein bisschen wackelig und gargelig und... Aber trotzdem, er funktioniert, die Performance ist top. Ich, ist krass. Willst du einen haben? 100 Euro. Der noch mehr bei... Für 2.0 oder für 1.0? Für einen 2.0. Also einen neu produzierten. Die Serienvariante von 2.0. Ah, okay. Ja. Nee, also ich finde ihn wirklich top. Ja. Also... Finde ich cool. Schaut euch das Video an. Schaut euch gerne das Video an, wenn ihr sehen wollt, wie der... Oh, es gibt... Oh, es gab auch eine wunderschöne Szene. Genau da habe ich eingeschaltet und genau da habe ich auch wieder ausgeschaltet. Musstest du dann kurz mal... Ja, genau. Alleine sein. Okay. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, war schon... War schon hoch erotisch. Auf jeden Fall. Leider nicht oberkörperfrei. Aber... Also ich muss mal die Silke fragen, ob sie mir jetzt jeden Monat 100 von denen liefern kann. Dann gibt es jeden Monat 100 in einem Callaway und dann gibt es den nächsten Callaway und dann gibt es den nächsten Callaway. Wäre eigentlich geil. Das ist schon cool. Schicke ich ihr den gerade wieder als Muster und dann produzieren wir den. Vielleicht oben noch Silke darf ein wenig verfeinern, sodass in der AMD auch wirklich gut drauf passt. Ja. Aber wirklich Mo und ich hatten ja auch keine Ahnung. Wir hatten ja keine Ahnung. Wir haben die Köpfe bekommen und wir waren so, okay, sieht ein bisschen... Man sieht, dass es kein fertiges Produkt ist so. Ich muss jetzt noch kurz eine Zwischenfrage stellen, weil ich dich kenne. Ja. Hast du dir davor Tutorials auf YouTube dazu angeguckt oder bist du komplett unverfangen da reingegangen? Ich weiß es nicht mehr 100%. Ich glaube, ich habe irgendwann in den sechs Monaten versucht, YouTube-Videos dazu zu gucken, aber es gibt tatsächlich erstaunlich wenig. Echt? Okay. Sehr gut. Ich meine, so war das. Ich könnte aber gerade nicht mehr die Hand für ins Feuer legen, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass ich stundenlang mir Töpfer-Tutorials reingezogen habe. So war es nicht. Ich glaube, ich habe aber mal ein bisschen was geguckt. Ich glaube, ich habe sogar einen Töpfer-Stream von irgendeiner geguckt. Einen Töpfer-Stream? Ja, reden wir nicht drüber. Egal. Egal. Skip, skip. So. Guckt euch sehr gerne das Video an, wenn ihr hocherotische Töpfer-Action von Mo und mir sehen möchtet. Es wird euer Leben verändern. So viel kann ich sagen. So viel kann ich versprechen. Wir haben aber tatsächlich noch nach, wie lange sind wir schon am Aufnehmen, Alex? Stunde 30. Es geht sogar voll. Ich hätte irgendwie gedacht, länger. Ja, die Köpfe sind halt beide sehr sparsam, deswegen sind die schon relativ durch. Das ist jetzt der Nachteil, weil meiner ist auch basically fertig. Ja, die sind durch, ja. Gut, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Wir haben noch ein paar kleine Shisha-News. Ja. Nächstes Mal wird es auch mehr um Shisha geben. Da haben wir ja, wir haben euch ja schon angeteasert, aber da wird es sehr viel um die Inter-Tabak gehen, eine Shisha-Messe, auf der der Alex und ich letztens waren. Heute müssen wir euch erstmal abholen, was denn so in unserem Leben passiert ist. Nach der angekündigten Sommerpause. Also, richtig. Und dann können wir wieder richtig reingehen. Nichtsdestotrotz ein paar kleine Fakten aus der Shisha-Szene, die so die letzten paar Wochen passiert sind. Erstmal eine Sache vorneweg. Es gab endlich den Sonic Cleaner und wieder die Spectre zu kaufen. Und sind schon weg. Aber jetzt sind sie wieder ausverkauft. Also, wir hoffen, ihr wart erfolgreich. Wenn der Podcast online ist, könnte er ja... Ne, wahrscheinlich nicht. Zeitnah. Aber, ja, gab es mal zu kaufen. Vielleicht hören ja ein paar Leute zu, die glücklich waren. Genau. Maybe. Naja, das ist auf jeden Fall passiert. Außerdem, die Ian X Scare Collector ist rausgekommen, gibt es aber auch nicht mehr zu kaufen. Ah, perfekt. Ja, das ist doof gelaufen, würde ich sagen. Es gibt aber noch zwei andere neue Pfeifen. Übrigens, da, weil wir jetzt das passende Segment zu der Pfeife haben, Werbung, weil der Alex die auch gerade raucht. Es kam die Mose Sphere 2. Yes. Die Mose Sphere, also der erste Teil. Boah, wie lange ist das her, dass die rauskam? Über zwei Jahre. Über zwei Jahre? Zweieinhalb Jahre? Ja. Ich würde auch sagen, damals musst du dir mal überlegen. Ich weiß nicht, ob du drüber nachgedacht hast, aber als ich den Kommentar bekommen habe, die ist mir zu teuer. Also, klar, wenn jemandem zu teuer ist, dann ist das so. Die Sphere 2. Nee, nee. Ja, die Sphere 2 ist ihm zu teuer. Dann. Ja, 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 warte, 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 warte. Ich komme ja dazu. Ich muss ja erstmal. Ja, okay. Ja, aber. Generate the attention. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Ja, 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 ist okay. Als ich den Kommentar abbekommen habe, die Sphere 2 ist zu teuer, habe ich nochmal ganz bewusst drüber nachgedacht. Dann dachte ich mir, als vor zweieinhalb Jahren, als die Shisha-Szene noch deutlich kleiner war, die Sphere 1 rausgekommen ist, hat die 250 Euro gekostet. Die Sphere 2 hat einen aufwendigeren Teller, hat eine Edelstahlbase, eine deutlich bessere Verarbeitung, ein deutlich besseres Rauchverhalten und die kostet 20 Euro weniger. Plus, du kannst sogar noch auf die Standardball verzichten und sie für 50 Euro weniger kaufen. Wo ist die Pfeife denn jetzt zu teuer? Das Aber, und das ist ein kleiner Punkt, den man sagen und erwähnen muss, es ist heutzutage in der Tat so, dass es in der Szene deutlich mehr Konkurrenz geht. Deutlich mehr Konkurrenz, die nicht glänzen will mit einem besonders ausgefeimten Design für Liebhaber, die genau das wollen, sondern für Leute, die eine Pfeife für einen etwas kleineren Teller haben wollen, die hauptsächlich einfach nur funktionieren muss. Klar, die muss auch cool aussehen, aber das ist nicht, die kaufen die Pfeife nicht unbedingt nur wegen der Optik. Also ich meine, die Moses 4 musste die auch nicht nur wegen der Optik kaufen, aber es ist schon eine Pfeife, die Leute sehen werden und sich dann denken, die ist es, die will ich haben. Die soll bitte in meiner Sammlung sein. Aber man muss dazu sagen, klar gibt es eine Breeze 2 und eine Fusion Air für deutlich weniger Geld und ja, die sind auch gut, aber es gibt mittlerweile halt sehr viele gute Pfeifen und es gibt mittlerweile Leute, die haben auch sehr viele gute Pfeifen zu Hause und die wollen dann vielleicht was Besonderes. Und das ist für mich die Sphere 2. Ja, das ist auch eigentlich eine ganz lustige Anekdote, dass du das angesprochen hast, weil irgendwann nachts habe ich ein bisschen mit Maxi geschrieben, also Allgäu-Shiche und dann wir beide haben an dem Tag die Sphere 2 ausgepackt, wir hatten ja wieder ein bisschen früher gehabt, durften die nicht zeigen, hatten auch alle so die Infos, also hier Edelstahl-Base, anderer Teller und so weiter und da haben wir einfach ein bisschen hin und her geschrieben, uns über die Sphere unterhalten und dann kamen wir so zum Punktepreis, wo wir, wo ich auf jeden Fall noch nichts wusste und er wusste auch noch nichts, wie teuer die am Ende sein wird. Weil allgemein, ja, ich hoffe schon, dass die so wieder 200, roundabout, so 200 bis 250 wird, meine ich so Maxi. Ich fände das auch cool, wenn die da liegen würde, aber die Sphere 1 mit Pombase, nicht so aufwendig im Teller und allgemein ein bisschen schlechter Verarbeitung, hat vor zwei Jahren 250 Euro gekostet. Wir befinden uns momentan in der Inflation plus wir haben Rohstoffmangel. Der Euro ist schwach. Ja, und dann habe ich gesagt so, ich wäre glücklich oder ich befürchte, also ich wäre glücklich, wenn sie wieder bei 250 liegt und ich befürchte eher, dass die so bei 290 liegen wird. Ja, ich habe so an 279 oder sowas gedacht. Ja, also sowas in die Richtung auf jeden Fall. Und da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, als ich gesehen habe, dass die für den Preis, wo sie jetzt am Ende rausgekommen ist, dass sie so günstig ist. Ja, also 230 Euro ist nicht wenig Geld für eine Pfeife. Natürlich nicht, aber unter den Punkten war ich doch sehr, sehr erstaunt, muss ich sagen. Und Produkt an sich, super cool. Raufhalten ist krass. Die ist super offen. Ja. Ich glaube, das ist die offenste Mosepfeife, die es gibt. Also der höchste, stärkste Durchzug. Ja, würde ich mitgehen. Ja. Und gerade für jemand, also ich denke bei dir genauso, für Leute, die mehr auf Kontakt rauchen, ist das immer gut, wenn die Pfeife ein bisschen Duft nach oben hat. Ja. Und das kommt sehr, sehr gut. Ja, vor allem für eine große Pfeife vor allen Dingen. Genau. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Und es ist halt, ganz ehrlich, also was du auch schon angesprochen hast, die 4.2 ist für mich auch eine Shisha, die du dir jetzt zu einem sehr hohen Prozentsatz aus Designgründen holst. Ja. Also natürlich, die Verarbeitung und das Rauchverhalten spielen immer eine Rolle bei einer Pfeife, aber das ist so ein besonderes Stück, was halt einfach so unique ist mit den Spikes, mit den Orbs, mit den Materialien. Der Blow-Off. Der Blow-Off, was einfach, entweder die gefällt dir oder die gefällt dir nicht. Ja. Und ich glaube, wenn sie dir gefällt, dann willst du die auch haben. Ja, glaube ich auch. Genau. Und die wollte auch eine haben. Ja. Also welchen Colorway hast du? Ich habe den Neptun, also die Dunkelblaue. Also wie bei mir ungefähr, nur das, was bei mir weiß ist, ist bei dir schwarz. Yes. Stell dich mir aber auch ganz gut vor. Bei mir poppt dadurch die Kugel mehr, aber ich glaube, bei dir passt dadurch halt besser zusammen, ne? Ja, genau. Also ich finde auch, glaube ich, mein Colorway für Shootings, glaube ich, schöner. Mhm. Und ich glaube, der gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Aber ich glaube, ich würde mir jetzt nicht immer die holen, weil ich schon einen Blauer habe. Also ich finde den Lila, den finde ich auch ganz geil. Lila-Schwarz gibt es aber noch. Ja, finde ich auch cool. Ja. Große Pfeife, die rauskamen, hast du gesagt? Yes. Es kam aber auch noch eine sehr, sehr kleine Pfeife raus. Ja, aber von einer anderen Marke, nicht von Mose? Ja, habe ich ja nicht gesagt. Achso, okay. Wenn du gesagt hast, große Pfeife, kam auch eine kleine Pfeife. Nee, weil Mose ja offizieller Distributor ist. Deswegen dachte ich, du willst auf jeden Fall. Anyway, es geht um Emotion. Yes. Es gibt ein weiterer oder endlich ein weiterer Hersteller, der eine Premium-Travel-Pfeife rausbringt. Weil klar, es gibt eine von Aladin, es gibt The Hooker, es gibt Diamond, es gibt Invi, es gibt Oduman. Es gibt viele Travel-Pfeifen. Aber für mich gab es eigentlich immer nur eine Travel-Pfeife, die für mich wirklich in Frage kam und das war die Vyro One. Und obwohl es ein paar Pfeifen gibt, war für mich der Premium-Travel-Pfeifen-Markt oder die Nische, die Nische in der Nische, immer sehr wenig bedient eigentlich. Ich fand, es war wirklich so eine gewisse Monopolstellung, die Vyro sich über die Jahre aufgebaut hatte in dem Segment. Ich würde nicht mal sagen, aufgebaut hatte. Das war halt einfach so. Die waren halt einfach die Einzigen, die es so richtig gemacht haben. Eine Premium-Travel-Pfeife. Und dann kam aber Emotion. Und dann Nachricht von Emotion, erste Pfeife von der Marke und ich war so, ihr könnt es mir ja mal zeigen. Aber das Ding hat absolut Hand und Fuß. Ein sehr, sehr ausgefallenes Design mit einem Soft-Touch-Kunststoff außen, einer sehr ausgefallenen Form, einem coolen kleinen Trick in der Deckel-Konstruktion, was einen schönen Blow-Off ermöglicht. Weil die Vyro One hat zwar auch einen Blow-Off, der auch cool aussieht, aber eher standardmäßig ist. Und bei der Emotion halt sehr, sehr geil. Again, gibt es auch Videos zu auf dem Kanal, könnt ihr euch gerne nochmal die Full-Reviews angucken, weil ihr sie jetzt hier nicht seht und so. Vielleicht hat der Basti sogar Lust auf ein bisschen Fleiß-Aufgabe und packt noch ein bisschen B-Roll drüber, falls er den noch zur Hand hat. Mal gucken. Grüße gehen raus, Basti. Entschuldigung. Aber guckt euch da gerne das Video an, weil da ist auf jeden Fall alles mit drin. Und dadurch hat die einen sehr, sehr geilen Blow-Off, der sozusagen aus der, das Tauchrohr und die Base-Abdeckung oben drauf sind praktisch ein Teil. Und in dem Deckel sind Kugeln verbaut, sodass der Blow-Off aus dem Deckel nach unten an der Seite von der Pfeife entlangläuft. Und dadurch, dass die Pfeife unten ein bisschen auseinander geht, wird auch unten der Blow-Off nochmal ein bisschen auseinander gedrückt und läuft dann schön über den Tisch. Und das sieht sehr, sehr geil aus. Kostet 10 Euro mehr als die Vyro One. Ist meiner Meinung nach aber auch gerechtfertigt. Je nach Modell auch, glaube ich. Also das Standardmodell von Vyro One ist 10 Euro günstiger, aber ich glaube, es gibt auch Modelle von Vyro One, die davon abweichen. Ja, es gibt auch Modelle, die davon abweichen. Aber die günstigste Vyro One ist 10 Euro günstiger als die Emotion Roam. Ich glaube 69,90 Euro, 79,90 Euro. Genau. Die Emotion Roam gibt es aber zum Beispiel auch im Add-on-Set. Und dann hat man noch eine Tragetasche dabei, die übrigens sehr geil ist, weil wirklich viel reinpasst. Das stimmt, ja. Da passt deutlich mehr rein, als nur das, was kommt. Klar, man packt aus und denkt, da ist aber viel Luft, aber muss ja auch so sein, soll ja noch was reinpassen. Ich habe das auch direkt getestet auf dem Geburtstag, wo ich eingeladen war von der lieben Anna. Und da habe ich auch direkt mal alles reingepackt und ich habe alles reinbekommen, bis auf den Kohleanzünder. Ja, habe ich auch. Das heißt, ich habe die auch mitgenommen zu Freunden. Ich habe mir die Emotion mitgenommen. Mit meiner Freundin habe ich die One mitgenommen in der jeweiligen Tasche. Geil, dann kannst du direkt beide vergleichen. Genau, ja. Cool. Da hat alles gepasst. Was ich halt wirklich cool finde, die Tasche ist wirklich cool. Also so von der Haptik her. Sieht ein bisschen aus wie ein Kulturbeutel. Ja. Ist halt für die Shisha-Kultur. Ja, es ist wirklich, also es ist ein großer Kulturbeutel für die Pfeiffer. Ja. Aber besser aufgeteilt in. Das stimmt, ja. Aber ihr kriegt nicht nur den Beutel, sondern ihr kriegt für die 45 Euro, was das Add-on Set kostet, kriegt ihr den Beutel, einen Schlauch in der passenden Farbe und ein Mundstück in der passenden Farbe. Und Mundstück und Schlauch finde ich auch sehr nice. Und dass es dann noch in den passenden Farben ist, finde ich auch sehr nice. Ja. Speaking of Farben, da gibt es fünf, die meiner Meinung nach alle cool aussehen. Kobalt habe ich bis jetzt nur auf Bildern gesehen. Das ist das Blau. Die habe ich. Die hast du? Finde ich sehr schön. Dann musst du die mal mitbringen, dann habe ich nämlich alle Colorways schon abgesehen. Es gibt so ein Flieder-Ding mit einem irgendeinen französischen Namen, den ich auf gar keinen Fall versuchen werde auszusprechen. Ich sage einfach Flieder. Es ist so ein Pastellflieder mäßig. Pastellflieder. Obwohl, ich muss ja allgemein sagen, ich finde alle Farben sehr zu diesem Pastell-Look. Ja. Vor allem das Weiß, das Weißpastell. Das ist ein Grau. Graupastell. Pastellgrau. Man kennt ihn. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Farben. Das Blau habe ich noch nicht gesehen. Von Bildern her sieht es auch cool aus. Ich persönlich habe Lime, Stone und Escher. Das ist Grau. Das ist eigentlich einmal ein Dunkelgrau, einmal ein Hellgrau und ein Pastellgrün. Grün. Grün. Grün, ja. Ja. Pastellgrün. Alles sehr, sehr cool. Und du kriegst dann halt auch passend Mundstück, Schlauch in der Farbe dazu, wenn du das Add-on-Kit holst, wenn du dir beides direkt im Set holst, also das Add-on-Kit mit der Pfeife im Set zusammen, kostet es 100... Ich weiß nicht. 45 Euro kostet das Add-on-Set normal. Ja. Die Pfeife kostet 80 Euro. 120 Euro kostet beides zusammen. Du sparst nämlich einen Fünfer. Okay. Genau. Du sparst einen Fünfer. Kannst dir das Add-on-Set aber auch einzeln für 45 Euro kaufen und es gibt noch ein weiteres Zubehör und zwar ein Spike. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Feature an der Pfeife, muss ich sagen. Also man muss dazu sagen, Emotion hat es nicht erfunden, aber warum zum Teufel war Emotion, Jahre nachdem es das erste Mal eine Pfeife mit Spike gab, warum waren die so viel später wirklich noch die Ersten, die sich dachten, das macht ja an der Pfeife viel mehr Sinn. Weil es macht auch an der Pfeife viel mehr Sinn. Weil seit ich ein Argument habe und in meinem Freundeskreis haben auch einige Leute noch ein Argument, habe ich es einmal erlebt, dass einer wirklich die Argument mitgenommen hat und die mit einem Spike Auto an den Boden geballert hat. Und da war ich schon so, Digga, du hast echt die Argument mit rausgebracht? Fun Fact, der wurde auf dem Weg zum Outdoor-Rauchen noch von der Polizei angehalten, weil die dachten, da guckt ein Baseball-Schläger aus dem Rucksack raus. No joke. So, wirklich ein No-Cap. Der wurde von der Polizei angehalten, dann hat er denen erklärt, das ist eine Shisha und so und dann war alles okay. Aber die haben wirklich erst kurz, Entschuldigung, was haben sie da im Rucksack? Wirklich. Ja, der Mike, der kann man ja vielleicht auch sagen. Dann kann ich ihn, wenn er noch vorbeikommt, on stream, wir noch so lange da sind, dann frage ich ihn mal, erzähl nochmal die Story mit den Kops. Ich sage ihm jetzt nichts, ich weiß nicht, ob er jetzt noch zuhört und ob er es mitkriegt, aber ich werde ihn da mal drauf ansprechen. Ähm, es macht bei einer Travel Pfeife so viel mehr Sinn, bei denen nimmst du draußen mit und die Argument hat ja eh einen riesen Standfuß und die steht so viel stabiler, aber die kleine Emotion Roam, das macht einfach mehr Sinn. Ja, vor allem, wer, also ich würde niemals meine Argument mit nach draußen nehmen. Also ich würde, ich würde wahrscheinlich jede andere Pfeife, die ich zu Hause habe, würde ich eher mit draußen, als die Argument. Safe, safe, 100 Prozent. Also hat für mich, also das ist ein cooles Add-on, aber hat für mich einfach keinen Nutzen bei der Pfeife. Und bei der Emotion macht das so viel Sinn. Und es ist trotzdem, wie du schon gesagt hast, so diffus, dass kein anderer Hersteller vorher bei einer Travel Pfeife auf diese Idee gekommen ist. Weird, oder? Ja. Ich habe das gesehen und dachte so, es ist so schlau, aber es ist gleichzeitig. Aber ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Ja. Also ich war auch nicht, ich habe mir auch nie bei der Vile Row One gedacht so, warum gibt es dafür nicht einen Spike? Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist so schlau, aber trotzdem so. Und es geht auch ohne. Ja. Aber ist es mit geil? Ja, Digga. Ja. Ja, natürlich. Ja, safe. Ja, aber, also, andere Frage. Würdest du, wenn du jetzt wegfahren würdest, Outdoor rauchen, welche würdest du bevorzugt mitnehmen? Kannst du das sagen? Also, ohne jetzt die Frage zu tief zu analysieren. Im Moment würde ich die ganze Zeit die Emotion Row mitnehmen, weil meine Vile Ones, ich habe viele Vile Ones und ich mag die auch nach wie vor. Und es ist auch nach wie vor eine coole Pfeife. Welche soll ich mal kaufen? Digga, einfach die, die dir besser gefällt. Okay. Die sind beide top. Die sind beide cool. Der Zehnerunterschied ist für mich nicht Make or Break. Die, die dir besser gefällt. Ganz einfach. Wenn du die Vile One mit der Carbon-Optik cooler findest, dann nimm die. Wirst du happy mit. Ist eine gute Travel Pfeife. Wenn du die Emotion mit ihrer Soft-Touch-Kunststoff-Optik cooler findest und den Blau aufheißt, dann nimm die. Ist auch okay. Ich persönlich werde jetzt die nächste Zeit vermutlich häufiger die Emotion mitnehmen, weil Vile One habe ich schon viele verschiedene, habe ich jahrelang benutzt, habe ich wie oft schon draußen mitgenommen und, und, und. Die Emotion ist neuer, deswegen für mich noch ein bisschen more exciting, deswegen werde ich die wahrscheinlich erstmal mitnehmen. Und dann, wenn ich die ein paar Mal jetzt mithatte, werde ich mir auch denken, heute nimmst du mal wieder die Vile One. Bei dir? Für mich nämlich einen Punkt, der mich sehr, sehr dazu verleitet. Darf ich raten? Hm? Kopf fluten. Ja. Ja. Der Punkt, der mich dazu verleitet hat, zu sagen, die Emotion wird meine To-Go-Travel-Pfeife ab jetzt, ist einfach, dass ich bei der Emotion, es noch kein einziges Mal geschafft habe, egal ob bei irgendeinem Shooting, egal ob ich die privat geraucht habe, den Kopf einmal zu fluten. Und das ist mir bei der One leider doch relativ, also doch schon öfter passiert. Ja. Und bei der Roam kann ich eigentlich gefühlt auspusten wie bei einer normalen Pfeife und ich muss mir nie Gedanken machen, dass irgendwas mit dem Kopf passiert, was für mich die Rauch-Session mit der Emotion einfach so viel angenehmer und entspannter macht als mit der One. Auch wenn die One trotzdem eine coole Pfeife ist und alles, keine Frage. Aber es ist für mich einfach ein Punkt, wo ich sage, das macht es für mich aus, zu sagen, für mich ist es die Emotion. Ja. Ist aber auch recht einfach erklärt, weil die Emotion-Roam hat, ihr seht es im Video, weiß ich es noch auswendig, hat sechs Kugeln, glaube ich. Ja. Sechs oder sieben? Ich glaube sechs. Ich glaube auch sechs. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat sie deutlich mehr als die Vira One. Das heißt, du hast mehr Fläche, wo der Rauch entweichen kann, du hast weniger Überdruck in der Bowl, weniger Überdruck heißt, weniger Wasser, was sich in die Rauchsäule, beziehungsweise ist eigentlich immer nur ein Tauchrohr, hochdrückt und dadurch hast du ein kleineres Risiko, den Kopf zu fluten. Ja. Ja. Und das ist cool. Auf jeden Fall. Weil das hört man regelmäßig, dass das Leuten passiert, die eine Vira One haben, so, na, Digga, einmal nicht aufgepasst, wirklich fest reingepustet. Ja, dann ist das halt nicht viel Weg, ne? Ja. Dann drückst du das in den Kopf. Genau. Ja. Ist ein wichtiger Punkt. Und, hast du recht. Was auch wichtig ist, ist immer passende Kopfempfehlungen parat zu haben. Ja. Und da war ja mein Goat, Digga, die Übergänge sind heute. Hast du so ein Point, oder? Das ist richtig, ja. Holy shit. Holy shit. Und da ist es immer wichtig, gute Kopfempfehlungen parat zu haben. Und da war meine Lieblingsempfehlung die ganze Zeit der Hukain Popo. 30 Euro, wirklich hervorragendes Material. Sehr eigenes Design. Am Anfang haben viele gesagt, das sieht aus wie ein Solaris. Aber ich finde, wenn man den mal ein bisschen länger hatte, ich denke gar nicht an den Solaris. Nee, ich denke auch gar nicht an den Solaris. Also ich verstehe, wenn manche sagen, der ist ihnen zu klobig. Ja. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber... Es ist halt ein sehr eigenes Design. Und ein eigenes Design kommt natürlich auch immer mit dem Risiko, dass es Leuten nicht gefällt. Das stimmt. Natürlich. Safe. Aber für 30 Euro kriegst du so einen Kopf, der unique ist, in coolen Colorways, der immer gleich ist. Also Quality Control ist absolut on point. Und der einfach hervorragend performt. Ja. So gut performt, wie Köpfe, die nochmal deutlich teurer sind. Sei es nur 5 Euro mehr, wie der Wandenberg. Sei es 10 Euro mehr, wie der Hyphen. Aber ich finde, der Popo kann nicht nur mithalten, sondern ist in einigen Kategorien, wie zum Beispiel Quality Control, sogar deutlich besser als zum Beispiel ein Stone oder ein Mason. Ja. Oder eine Harmony Bowl. Ja. Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und jetzt gibt es aber noch einen Kopf, der basically all das erfüllt, außer sein Design ist vielleicht nicht so unique. Ist jetzt kein krass ausgefallenes Design, was aber für andere Leute vielleicht sogar wieder ein Vorteil sein kann. Aber er kostet auch noch 5 Euro weniger. Und das ist der Huka in the Plug. Der ist neu rausgekommen. Wir haben lange drauf gewartet. Wir haben den schon sehr lange angeteasert, weil wir ja schon beide sehr lange Prototypen davon kannten und auch gezeigt haben und auch zeigen durften, by the way. Aber der kam die ganze Zeit nicht raus. Der wurde immer wieder verschoben. Leider. Aber jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt gibt es ihn bei Huka in. Yes. Sehr, sehr guter Kopf. Kleines Depot. Läuft super gut. Und der Preis ist krank. Ja. 25 Euro für einen absoluten Premium-Kopf. Also ein Premium-Kopf mit Premium-Verarbeitung, Premium-Hitze-Eigenschaften zu einem Preis, der normal ist. Ja. So Standardpreis, Kopf, wo denkst du dran? 20, 25 Euro. Normal. Für einen guten Pfanne. Ja. Und deswegen, sehr, sehr geiles Ding. Für mich aber auch direkt die nächste Überraschung aus dem Hause Huka in, wo ich am Anfang doch sehr, sehr skeptisch war, muss ich sagen. Was sich aber zu einem meiner absoluten Lieblingsköpfe momentan entwickelt hat. Und zwar der S&T X1. Also die Zusammenarbeit aus Shisha Nation. Shisha Nation Coburg. Coburg mit Huka in zusammen, haben den X1-Funnel rausgebracht, der dann auch ein sehr eigenes Design hat, muss man sagen. Definitiv. Aber performance-mäßig finde ich das für kurze Sessions momentan, benutze ich ihn, glaube ich, fast sogar lieber als The Plug. Also ich glaube, bei mir ist der X1 momentan Platz 3 auf meiner Kopfliste. Ja. Krass. Also ist für mich keine Überraschung. Also ganz offen, Shisha Nation hat da angefragt, ob ich da Interesse an der Zusammenarbeit hatte. Und dann habe ich ihn mal ausgefragt zum Kopf und dann hat er gesagt, ja, das machen wir mit Huka in zusammen und das ist dasselbe Material wie beim Popo. In dem dann habe ich gesagt, let's go. Also was soll da schief gehen? Selbe Material wie beim Popo, leicht anderes Design, aber sehr ähnlich. Also das größte Problem, was ich habe mit dem Kopf ist, abgesehen vom Design, fühle ich nicht so einen krassen Unterschied zum Popo. Ich finde schon. Ja? In welcher Kategorie? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich finde irgendwie, der läuft besser. Besser als der Popo? Ja, also ich rauche, also ich benutze ihn einfach lieber als den Popo. Also dieses einfach... Aber kannst du mit dem Finger drauf? Nein, ich kann nicht drauf zeigen. Es ist einfach so dieses, wenn ich vom Regal stehe und sage, okay, ich habe jetzt Bock auf dieses, von einem von den Huka in Köpfen, würde ich jedes Mal eher den X1 nehmen. Ehrlich? Ja. Krass. Also bei mir ist eigentlich so, okay, ich habe jetzt irgendwie fünfmal den Popo geraucht, dann rauche ich jetzt mal wieder den S&T. Nee, bei mir wäre es eher andersrum. Krass. Ja. Wild. Also ich könnte dir auch nicht genau sagen, warum. Nee, ich kann es dir auch nicht. Ich finde den Popo vom Design ein bisschen cooler. Die Form gefällt mir mehr vom Kopf. Ja. Aber ansonsten... Nee, aber irgendwie einfach so dieses... Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nicht überschwellig, sondern unterschwellig. Aber das ist ja, wir vergleichen gerade mit dem Popo. Und wie eben erwähnt, ist der Popo für uns beide einer der Goat-Köpfe im Moment. So, und von daher ist das Mecker noch auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Also es ist egal, welchen ihr euch von den... Im Endeffekt, egal, welchen ihr euch von den Dreiköpfen kauft. Ja. Ihr werdet auf jeden Fall happy werden. Nur es ist einfach so dieses... Auf diesem hohen Niveau einfach noch zu sagen, wir sind halt wirklich privilegiert dadurch zu sagen, wir haben halt alle diese Köpfe zu Hause. Ja. Und dann ist es einfach bei mir so dieser Punkt, wo ich sage, okay, irgendwie finde ich den X1 einfach cooler oder ich benutze ihn einfach lieber als einen Popo. Aber ich könnte jetzt nicht zu 100% sagen, das ist der Punkt, wo es der Ausschlaggebend dafür ist. Krass. Ja. Ja. Also, ja, ich habe dann eben drüber nachgedacht und bei mir ist es so, ja, vielleicht wegen Design halt. Aber, ja, weiß ich nicht. Es gibt noch einen anderen Kopf, der mich ein bisschen bambuselt, würde ich sagen. Und zwar der Avanos Next Level Mini. Ja. Ein wildes Design. Kannte man ja schon vom... Ja, klar, es gab schon einen Avanos und jetzt ist eine kleinere Variante rausgekommen. Was ich schon mal sehr, sehr cool finde bei Avanos ist, wie sie mit Bloggern zusammenarbeiten. Weil das ist nicht so, hier ist Kopf, mach Werbung. Versuchen wirklich einige Hersteller ziemlich genau so. Sondern die haben gefragt, ob sie mir einen Kopf schicken können. Da meine ich halt so, ja, einfach so, erzähl doch erstmal so und so. Ja, ich würde dir den einfach gerne geben für Feedback, nur für Feedback. Ich so, ja, okay, aber erzähl doch trotzdem erstmal bitte ein bisschen was. Hat er mir ein bisschen was erzählt, habe ich gesagt, und ihr wollt nur Feedback? Und ich so, ja, ja, wir wollen nur Feedback. Und ich so, okay. Und dann haben die mir den geschickt, dann habe ich mir den angeguckt. Und ich so, das ist doch ganz interessant. Weil das Aushängeschild von Avanos ist das Drip Shield. Und das Drip Shield ist ein in den Kopf integrierter Molassefänger. Das ist nicht so perfekt wie ein normaler Molassefänger, weil es in der Mitte praktisch immer noch eine kleine Strecke gibt, wo Molasse einfach durchfallen könnte. Aber es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel Molasse sich wirklich an der Seitenwand vom Kopf runterarbeitet. Also es ist fast nie ein Tropfen durch die Mitte vom Kopf, sondern immer so ein Runterlaufen an den Seitenwänden. Kurz Zwischenfrage. Hast du den normalen Next Level schon mal getestet gehabt? Ja, ja, ich habe beide. Okay. Also ich habe den alten und den neuen. Okay. Ja. Und also das größte Blogger-Feedback, was wir wohl bekommen haben, war, Digga, die Posts viel zu groß. Die Posts viel zu groß, das tut einfach weh. War mein Feedback bei dir auch? Same. Same. Und dann haben die einfach gesagt, okay, dann machen wir kleiner. So, weißt du, das klingt jetzt so banal, aber wirklich, ihr wollt nicht wissen, wie viele Marken an genau diesem Step scheitern. Ja. Den sagst du, die Posts zu groß und dann sagen die, ja, aber wir wollten das so. So, ja, du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ich habe dir nur meine Meinung gefragt. Wenn du sagst, ist so, will ich so, ey, okay. Ja. Aber, weißt du, ich frage ja auch nicht den Alex, wie geht's? Und in dem Moment, wo er es mir sagt, schreie ich ihn an und sage, ich will dich wissen. Ja, ist ja so, oder? Ja, es ist halt, es hört sich so dumm an. Es scheitert in bestimmt 80% der Fällen an diesem Schritt. Natürlich. So, dieser Entwicklungsfeedback-Loop. So, ich mach was, ich frage, ist gut. Ich kriege nein und ich scheiß drauf. Hä? Wir können wahrscheinlich direkt fünf Marken aufzählen, die, also mir. Ja, wir können es jetzt auch lassen. Ja, natürlich können wir es lassen, aber wir würden halt direkt sehr, sehr viele Beispiele dazu einfallen, wo es halt genau der Fall war. Ja. Aber Avanos, und das ist halt, wenn ihr jetzt den Hintergrund wisst, dass es leider oft so nicht ist, der Hintergrund, dass es dann so ist, das ist halt geil. Ja. So, das ist cool. Weißt du, du sagst denen so, oder die haben jetzt anscheinend oft gehört, Depot ist den meisten Leuten wohl zu groß, von denen, die wir nach Feedback gefragt haben. Ja, man war kleiner. Und das haben sie gemacht. Und das ist geil. Ja. Also Depot ist viel besser geworden. Kostet 40 Euro der Kopf, was für ein Kopf schon sehr, sehr happig ist. Ja. Und da kommen wir jetzt nämlich auch langsam in den Bereich, wo ich sage, das ist für mich ein bisschen komisch, weil die Form finde ich an sich nicht so geil. 40 Euro für den Kopf bin ich bereit zu zahlen, aber dann muss er schon viele Dinge erfüllen. Erfüllt der Avanos eine Performance wie ein Popo? Nee. Nee, macht er nicht. Also für mich nicht. Für dich? Nee. Nee, auch nicht. Ist nicht, also ich muss sagen, ich benutze ihn gerne, aber... Nee, das weiß ich ja noch nicht. Also das wollte ich damit noch nicht sagen. Okay, dann führ erst mal weiter aus. Aber also Performance-Technik ist er nicht in der Top 20 Prozent von Köpfen. Ja. Top 50 safe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Top 30... Würde ich ihn, glaube ich, sogar schon mit reinzählen. So roundabout da, ne? So roundabout da. Das heißt, die Performance ist nicht top, sondern die ist gut. Jetzt ist es aber doch so, dass ich für mich gemerkt habe, das Drip Shield ist schon eigentlich ziemlich geil. Ja. Weil, also wir rauchen ja immer viel Off-Kontakt. Es gibt ja auch immer die Leute, die holen sich ja einen Funnel und sagen so, ja, da ist ja ein Loch in der Mitte und das ist ja höher. Dann bleibt ja alles sauber. Ja, wenn du die Köpfe so rauchst wie wir, halt nicht. Ihr kennt es bestimmt, ne? Was erzählen wir euch? Und das ist schon irgendwie cool, dass du ein Funnel ballerst mit richtig schönem Kontakt und gut Hitze und Edelstahl drauf. Und deine Bowl ist einfach clean. Ja. Und dann merkst du so, ha, ich musste schon immer scheiße viel schrubben. Und du machst den Kopf ab und deine Dichtung ist einfach drauf. Wie oft sitzt man dann da nach einem Kopf mit Zebra da irgendwie so, ah, scheiße, vieles wie Molasse, wo ist denn die ganze Molasse? Blä, 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 blä. So, damit du den nächsten Kopf rauchen kannst, weil sonst nichts hält. Und mit dem Avanos, machst du den Kopf ab? Ist einfach nichts. Ha, das ist nichts. Du musst auch nicht rumlaufen wie der Ditz-Step, dass du das nicht vertropfst, sondern es halt einfach so, nimmst du ab und blä. Und ich muss gestehen, dafür, dass die Performance nicht so geil ist wie bei den absoluten Top-Performern, die wir im Moment so haben, irgendwie benutze ich den doch gerne. Ja, ich benutze den auch sehr, sehr, ich kann die auch nicht so, das Strip Shield spielt bei mir auch eine Rolle, weil es auch bei mir gestern die Situation war, wo ich den als ersten Kopf gehabt hatte. Und dann war ich erstmal so, so, so verwundert erstmal, weil ich dachte mir so, okay, wie kann es denn, dass meine Bowl noch so clean ist? Und dann ist mir erstmal auffällend, so, das stimmt, das ist ja, hier eine Trüpfel ist zu und so, super cool. Und dann den nächsten Kopf drauf getan und meine Bowl war einfach instant Molassen-Orange. Und dann dachte ich so, Alter. Aber nie fällt dir auf, wie schnell man eine Bowl versaut, wenn man ein paar Köpfe mit dem Avanos vorher geraucht hat und sie clean geblieben ist. Zu 100 Prozent, aber trotzdem, das wäre, ist trotzdem, ich weiß nicht, ob das für mich, also jetzt im Unterbewusstsein, ob das für mich der Punkt wäre zu sagen, ich rauche genau deswegen diesen Kopf, aber irgendwie benutze ich ihn trotzdem in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Auch trotzdem, weil die, er performt gut, auf jeden Fall. Er performt, vielleicht ist gut nicht der perfekte Ausdruck, sondern gut genug. Ja. Also die Performance ist so gut, dass sie dir auf keinen Fall negativ auffällt. Und auch so vom Depot her, nicht mehr dieses Problem, was du beim Einser hattest, also bei der großen Version, sondern es ist einfach, es ist wirklich angenehm zu bauen. Ja. Es ist super easy. Angenehme Tabakmenge, so roundabout 20 bis... Ja, 20 Gramm, würde ich, hätte ich auch gesagt. Ja, 20 bis 22 Gramm, je nachdem, wie du dann halt baust. Ja, und benutze ich irgendwie in letzter Zeit gerne. Also, das Einzige, was halt auch hier wieder ist, das hatte ich ja auch zur ersten Version gesagt, ist halt wieder der Preis. Ja. Weil, wenn ich überlege, ich habe 40 Euro übrig, will mir einen Kopf kaufen und ich weiß, okay, ich könnte mir jetzt einen Hyphen kaufen oder ich kaufe mir einen Avanos, würde ich trotzdem noch einen Hyphen nehmen. Aber... Ich glaube nicht. Ach, krass. Ich glaube... Okay. Ich weiß es nicht. Nur der eine Kopf? Ja. Na, vielleicht. Ich weiß nicht. Aber wie krass ist der Fakt, dass du allein drüber nachdenkst? Ja, das ist krass. Also, bei mir wäre es ein No-Planer, muss ich sagen. Ich muss aber auch sagen, ich bin zunehmend weniger Hyphen-Fan. Das habe ich mitbekommen. Ja. Kannst du sagen, warum? Ja. Weil mich das Batch-System komplett ankotzt. Mhm. Wir fixen das eine, das andere wird auf einmal scheiße. Weißt du? Oh, Funnelloch ist zu hoch, saugt sich am HMD fest, okay, ist gefixt. Dafür ist der Anschluss unten viel zu breit. Und wir fixen den Anschluss, auf einmal ist der Kopf viel höher. Die Kopfhöhe wird wieder angepasst, gibt einen anderen Callaway. Und ich denke mir die ganze Zeit, Junge, das ist wie so ein Flummi, der die ganze Zeit hin und her fetzt, aber irgendwie nie durchs Labyrinth kommt. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also, je mehr ich drüber nachdenke, desto... Wo ich mir dann denke, warum machen die denn nicht einmal einen guten? Also, es gab doch jetzt acht Anläufe. Ich glaube aber, seit dem sechsten sollten alle relativ gleich sein. Ja, ich bin da auch irgendwann ausgestiegen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht ist das... Es ist ein bisschen schwierig. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Und ich finde das Depot zu anstrengend zu bauen. Also, ich muss mir... Ja, ich muss schon wirklich... Vielleicht habe ich ihn auch einfach, weil es mir ein paar Mal negativ aufgefallen ist, zu selten gebaut, als dass da eine geisteskranke Routine reingekommen ist. Aber wenn ich mir überlege, ein Wandenberg und ein Popo laufen bei mir eigentlich immer besser, mit einem einfach zu bauenderen Depot... Würde ich beim Wandenberg aber nicht so unterschreiben. Ich glaube, das ist dann eine Gewohnheit. Das kann dann die Gewohnheit sein, dass ich einen Wandenberg mittlerweile, glaube ich, fast blind bauen kann. Also, ich würde nämlich sagen, dass ein Wandenberg schon um einiges schwieriger ist, zu bauen als ein Heifen. Also, ganz subjektiv. Ich verkacke einen Wandenberg... Ich weiß nicht, wann ich das mal einen Wandenberg gebaut habe, der nicht genau so geworden ist, wie ich das wollte. Und beim Heifen kann... Also, reichen meine Hände nicht, um es abzuzählen, wo ich dann doch weniger durchzukutter, als mir lieb ist. Okay. Nee, krass. Bei mir ist immer noch Heifen auf jeden Fall top. Also, auf der 1. Auf der 1? Ja. Okay, krass. Aber ich verstehe auf jeden Fall die Punkte, was du meinst. Ja, trotzdem ist der Avanos ein Kopf... Ich glaube, wenn er dir gefällt, also es ist auch wieder so ein optisches Ding... Ja, also wenn er dir optisch halt wirklich nicht gefällt, ich glaube, dann holt der Rest auch nicht raus. Ja, glaube ich mich auch nicht. Aber ich glaube, wenn er dir gefällt wiederum, dann ist es auf jeden Fall ein Kopf, den ich auch ohne Probleme empfehlen würde. Ja. Oh, jetzt habe ich mein eigenes Kabel weggetreten und mir fast Headset vom Kopf gezogen. Der Avanos ist schon wirklich ein schwieriger, besonderer Kopf zum Bewerten. Ist schon was Besonderes, ja. Also, ich finde, du kannst ihn nicht in die normale Skala von Bewertungen mit einfließen lassen, auch einfach, weil er doch diese Funktion mit dabei hat, die ihn irgendwie besonders macht. Ich finde, genau das ist aber irgendwo die Krux, weil... Also, wundere dich nicht, ich werde gerade meine Brille sauber machen. Genau das ist aber irgendwo die Krux, weil du willst das immer wieder machen, aber dann kommst du immer wieder zu diesem Aber-Drip-Shield. Ja, genau. Performance-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Aber-Drip-Shield. Preisen-M-M-M-M-M-M-M. Aber, weißt du, ja, genau. Das ist halt das Problem. Deswegen, also, am Ende des Tages würde ich sagen, wenn euch der Kopf gefällt, ich würde nicht von abraten. Ich würde sagen, es gibt in meinen Augen auf jeden Fall auch Köpfe, die besser sind. Rein von der Performance gesehen, aber es ist trotzdem meines Erachtens auf jeden Fall ein guter Kopf. Deswegen ich den auch selber super gerne benutze. Ich würde sagen, es ist ein Kopf, der von der Performance her gut genug ist, der ein paar Besonderheiten haben und wenn die euch interessieren oder ansprechen, dann kann man da auch für 40 Euro reingehen. Kann man auch für 40 Euro machen. Unterschreibe ich es doch. Aber ihr merkt schon, ne? Also, wie lange wir dann doch mal wieder über einen Kopf diskutieren können. Normalerweise so, wie ist die Performance? Sehr gut, gut, nicht gut, scheiße. Wie ist der Preis? Und wie ist die Optik? Was haben wir sonst beim Kopf? Fassungsvermögen noch. Ja, genau. Aber das warst du noch. Das war's. Oder, ich sag ja immer, ein Kopf hat zwei Sachen, die er gut können muss. Das Depot muss gut sein, sodass es dir passt und die Hitzeeigenschaften müssen gut sein. Wenn du es runterbrichst bei dem Kopf, sind das eigentlich die einzigen zwei Eigenschaften, die ein Kopf erfüllen muss. Ja. Das war's eigentlich schon. Aber Drip Shield. Eigentlich müssen wir die Folge irgendwie nennen von wegen Urlaub, Geburtstage, Beauty messen, aber Drip Shield. Und nur die, die bis ziemlich zum Ende hören, geguckt haben, geguckt, gehört haben, wie auch immer, die wissen dann, wo drum's geht. Ja. Eigentlich musst du das machen. Eigentlich schon. Basti, schreib dir das jetzt schon mal auf. Ich seh, du bist noch da und du bist noch wach. Ah, schön. So, haben wir noch was? Das war's, oder? Eigentlich war's das. Eigentlich? Fällt dir noch was ein, oder was? Ich hätte noch ein ganz anderes Thema, aber ich glaub, das hebe ich mir auf für den nächsten Cast. Glaubst du, oder machst du? Mach ich. Machst du? Ja, ich glaub, wir sind ja auch schon von der Zeit her doch schon gut dabei. Ja, ich weiß gar nicht, aber ich hab auch keinen Zeitstress, Alex. Ich sitz hier noch über zehn Stunden. Mindestens. Stimmt. Ja, aber ich merk langsam ein bisschen meinen... Weißt du, was ich am meisten merke mittlerweile? Noch ein kurzer Sub-Aton-Real-Talk. Ich weiß nicht mehr, wie ich sitzen soll. Du hast schon doof rübergeguckt während dem Cast, weil ich hier als rumquietsche und Mikrofonarm bewege und Kissen rolle und Kissen weglege und vorlehne und Arm hoch und Bein runter und ich weiß nicht mehr, wie ich sitzen soll. Ich merk's, ja. Ich weiß nicht mehr, ich bin gar nicht müde. Das wollte ich dich eigentlich am Anfang des Casts fragen. Ich bin, oder was heißt fragen, ich bin gespannt, wann dein erstes richtiges Tief kommt. Ja, ich auch. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich dann bewusst einfach jetzt schon irgendwann schlafen gehen soll. Jetzt schon? Wir haben's Viertel nach vier. Ja. Ich weiß, aber weißt du nicht, wie ich's meine? Ich meinte einfach nur, ob ich schlafen gehen sollte, obwohl ich nicht so müde bin, damit ich eben nicht irgendwie dann um 8 Uhr morgens schlafen gehe bis 13 Uhr mittags. Ich glaub, eigentlich wär das schlau. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht müde. Und ich weiß nicht, wenn ich mich nicht müde auf die unbequeme Couch lege. Wie ob du denn überhaupt anpickst? Ich glaub, ich baller gleich ein bisschen Melatonin. Ich hab so ein Melatonin-Spray aus dem DM. Ja, das, ja. Das Ding ist halt auch wieder, was machst du jetzt? Digga, COD-Bieter dieses Wochenende. Hallo? Swisi, bist du noch drin? Ich seh gerade, was er geschrieben hat. Also für euch alle, Swisi hat geschrieben, auf der anderen Seite ist Swisi noch in COD. Ja, Alex, war schön. Leute, danke fürs Zuhören. Swisi und ich gehen in COD. Gönnt euch. Viel Spaß. Kurz, dass du nicht nur hier dabei warst, sondern du auch bereit dazu warst, Freitagnacht um 2 Uhr eine Podcastaufnahme zu starten. Ja, das schaffen wir das ja nie. Sonst wäre das wahrscheinlich wieder im Oktober gelandet. Gut, so hättest du das jetzt nicht wieder ausdrücken müssen. Direkt wieder eine zurückballern, versteh schon. Leute, danke fürs Zuhören. Shisha-Cast Episode 34. Over and out. Bis zu Episode 35. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Macht's gut. Tschüssi. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch.